Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 339. Mein Name ist René Außerdem, mit dabei der Herr Bastille. Gude und Grüße. Und der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Marvin kommt, wenn alles gut geht, in ein paar Minuten auch noch dazu und wir senden auch heute in geänderter Wagenreihung, das heißt normalerweise ist ja Montag der 93-Tag, den haben wir uns jetzt geschnappt und dafür senden die 93-Jungs am morgigen Dienstag. Das hängt alles mit diesem Euro-League-Spiel zusammen, was da diese Woche stattfindet. Über das wollen wir heute reden, wir haben Leipzig auf der Uhr, wir haben noch so ein bisschen Transfer und Aktuelles und am Ende werden wir mal gucken, ob Ralf Ralle-Rangnick es schafft, seinen Titel des Dummschwitzers der Woche zu verteidigen. Bleiben Sie dabei. Lass uns doch vielleicht anfangen mit dem Transfer-Thema, weil das so ein bisschen chronologisch davor war, auch wenn so ein paar Diskussionen heute erst stattgefunden haben. Anyway. Erstmal vielen Dank an den Franco, der hat uns nochmal eine Übersicht der Transfer-Fenster gegeben. Schweden hat noch so circa 50 Tage Transfer, marktoffen Brasilien auch noch sowas um den Dreh. Israel für Tawata hätte auch noch, als er es geschickt hatte, waren es noch vier Tage, jetzt sind es noch so zwei Tage und ansonsten so Richtung China, Polen, Japan, USA haben die auch alle noch irgendwie relativ lange. USA sogar bis 7. Mai, mein Gott. Komisches Land. Komisches Land, komisches Transfer-Fenster. Also von daher, da wären noch Chancen für Abgänge da und einer hat ja dann doch endlich final stattgefunden. Marco Fabian ist dann doch endlich gegangen zu Philadelphia. Ja. Ich hätte da letzte Woche nicht dran geglaubt und ich glaube, ihr auch nicht so richtig, oder? Nee, hat mich jetzt wirklich auch noch überrascht, dass das dann doch alles rucki-zucki ging. Über Transfer-Modalitäten wurde, glaube ich, nichts veröffentlicht. Ich weiß jetzt gar nicht, oder habt ihr noch was gehört? War ja eh nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Hast du noch was, Basti? Nee. Keine Ablöse auf jeden Fall. Keine Ablöse. Also der war ja sowieso. Wir werden da jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine knackige Million Euro Gehalt gespart haben, meine Güte. Und die werden wahrscheinlich jetzt das Gehalt übernehmen. Wir verzichten auf Gehalt und das war dann jetzt quasi irgendwie der Deal. Also ganz ehrlich, was hättest du da jetzt noch irgendwie holen wollen? Ja, dann kannst du froh sein, wenn der von der Payroll runter ist. Alles andere ist auch ein bisschen. Nee, auf jeden Fall. Es bleibt unterm Strich trotzdem schade, weil wir werden auf das Leipzig-Spiel zu sprechen kommen gleich und da genau so ein Spielertyp eigentlich dort gefehlt hat. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht und es wird ein Rätsel bleiben. Wahrscheinlich werden wir es auch nie erfahren, was da für Private, meine Spekulation ist tatsächlich, das muss das Privates sein, dass das gar nicht mehr funktioniert hat. Weil, wie gesagt, die Vakanz wäre da und der wäre es im Kader gewesen. Er hat hier schon bewiesen, was er kann. Und ja, schade, aber es ist jetzt vorbei. Es ist auch dann besser. Meine Güte, man muss dem jetzt auch nicht hinterher trauen. Es kommen neue Spieler. Und ja, ihr habt es schon gesagt. Jetzt haben wir dieses Thema jetzt auch beendet. Das ist vielleicht bei allen finanziellen Nummern auch eigentlich mal ganz gut zu sagen, ey, dann ist die Nummer jetzt halt gegessen. Gucken wir, was mit den anderen noch passiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt, egal, wie lange er jetzt noch aufhört, vielen Dank an den Hörer, der das aufgelistet hat. Aber ich glaube, dass gar nichts mehr passiert. Wenig vielleicht Hargota noch, aber das wäre wohl eher nur Wunschdenken, dass er vielleicht noch geht, aber ansonsten schwierig. Auf jeden Fall ganz kurz noch zu Marco Fabian. Ein Problem, was ich noch sehe, ist eben sein doch sehr schwankender Fitnesszustand, muss man ja sagen, oder von schlecht zu super schlecht. Das ist natürlich sehr schwierig in so einem System. Auch gerade Hütter legt da ja anscheinend sehr, sehr großen Wert drauf, dass die Spieler im Endeffekt topfit sind. Und da hat man mit Marco Fabian natürlich oft auch einen Spieler, der, ja, du hast es schon gesagt, Basti, vielleicht auch privat dann die ein oder andere Eskapade vielleicht auch hatte und dementsprechend dann nicht ganz so ins Rollen gekommen ist. Das hast du schon, aber fand ich auf dem Platz technisch klar, wirklich gut. Wenn er fit war, war er auch wirklich eine Bereicherung. Aber in dem System, was wir natürlich momentan spielen, ist natürlich auch, ja, eigentlich Pressing ab der ersten Reihe angesagt. Und das ist natürlich dann mit einem Marco Fabian, der nicht fit ist, nicht wirklich einfach. Könnte ich mir noch so erklären. Ja, ich glaube, das ist wirklich als abschließende Analyse wahrscheinlich genau auch noch so ein Kicker-Argument zu sagen. Offensiv ist er gut, aber wie du es gesagt hast, im Hintersystem muss jeder mitverteilt. Er sieht ja, in Rebicjovic und Haller auch, die da laufen wie die Kranken. Und das würde er wahrscheinlich nicht machen, beziehungsweise würde er es wahrscheinlich probieren. Aber die Konzentration würde wahrscheinlich nicht über 90 Minuten reichen. Und dann, ja, wenn dann einmal eine Lücke durch ihn da ist, weil er, keine Ahnung, nicht aufpasst, wo er hin verschieben soll. Wahrscheinlich, wo er das probiert hat, nicht funktioniert, dann kommt das dazu, was Dennis gesagt hat. Wenn er dann merkt, okay, das klappt nicht mehr, widmet er sich vielleicht mehr privaten Feiereien und dann kommt eins zum anderen. Und das ist so eine Summe aus allem, was dazu führt. Wir wünschen ihm alles Gute in Amerika. Ich glaube, das ist für ihn auch besser. Ja. Muss ich gerade mal gucken. Der Frank hat uns gerade noch auf Twitter was geschrieben, dass wir angeblich an Weiterverkäufen von Fabian beteiligt werden. Ah, 5 Prozent. Wo soll der denn nochmal hinwechseln? Naja, 5 Prozent von 5 Euro ist halt auch ein Euro. Kriegst eine kleine Kugel Eis für. 5 Prozent von 5 Euro sind nicht lieber, René. Ja, okay. 5 Prozent von 5 Euro sind nicht 1 Euro. Alles klar. Mist. Warum rechnest du so schnell? Tut mir leid, tut mir leid. Ja. Nein, aber du hast völlig recht. Ja, ja. Gut. Das ist, wenn schon irgendwelche Handgelder noch und irgendein Berater hat noch was verdient, dann gibt es vielleicht nochmal einen Deal später, der ganz gut läuft und so weiter. Und man kennt ja, wie das Geschäft ist. Wahrscheinlich auch nur die Berater am Ende dann irgendwie. Ja, also ich glaube, das Geld sollten wir nicht einbauen. Alles auf die Transferlöse aus weiteren Verkäufen von Marco Fabian. Ja. Ja. So, dann haben wir ein weiteres Thema, was jetzt hier auch gerade eben schon wieder in unseren Live-Chat reingeschoben wurde, was heute so ein bisschen hoch und runter gegangen ist, nämlich die Diskussionen um Jovic, der sich angeblich mit Barca schon einig ist, so mehr oder weniger, beziehungsweise die Eintracht sich wohl mit einem Verkauf von Jovic einig ist und nur noch nicht so ganz über die finale Höhe der Ablösesumme entschieden hat. Da ging es heute auf Twitter, zumindestens, was ich so im Vorbeigehen in all den Erwähnungen sehen konnte, so ein bisschen hoch und runter, warum Jovic denn jetzt überhaupt irgendwie da noch zu uns und warum nicht direkt zu Barca und warum wir denn, dass es ja blöd wäre, dass wir diese Kaufoption noch nicht gezogen haben und hin und her. Ich sage jetzt mal, wie ich es verstanden habe und dann könnt ihr das ja korrigieren. Also nach meinem Verständnis haben wir eine Kaufoption für Jovic. Die kann, die ist vertraglich festgeschrieben und so wie ich das bislang verstanden habe, ist in so einer Kaufoption, das ist ja kein Vorkaufsrecht, dass wir als erstes irgendwie sagen könnten, wir würden vielleicht gerne und dann mit dem Spieler verhandeln, sondern in dieser, seine Kaufoption mit einem festen Vertrag dahinter. Das heißt, wenn wir sagen ja und wir zahlen die Kohle, dann ist der Spieler bei uns zu den vorher festgelegten Konditionen. Das ist mein Verständnis. Das heißt, selbst wenn Jovic jetzt sagt, ich würde vielleicht dann doch gerne lieber für Barcelona im nächsten Jahr spielen, was ich ja durchaus nachvollziehen kann, weil die Chance hast du wahrscheinlich exakt einmal in deinem Leben als Fußballer. Verdient der Berater zweimal. Dann verdient der Berater zweimal, aber wir sitzen auf jeden Fall dazwischen, weil wir die Kaufoption ziehen und selbst wenn wir die erst am 3. Mai ziehen, ist das Thema trotzdem geregelt. Also ich hätte das jetzt nicht so verstanden, dass wir quasi die Kaufoption ziehen und dann mit dem Spieler nochmal erst über Vertragskonditionen verhandeln. Die sind meines Wissens nach vorher festgelegt. Was ist da so eure Wahrnehmung dazu? In Bezug auf was meinst du das? Also was, dass sie wissen, wie viel Jovic danach verdient oder was? Verdient, beziehungsweise wie viele Jahre der Vertrag, die Leute, was momentan so die Diskussion, was ich auch verfolgt habe, ist, ja, warum das jetzt so passieren würde, weil wir sollen den doch erst mit einem langfristigen Vertrag ausstatten, aber das müsste normalerweise vorab schon alles gelaufen sein. Also die Befürchtung, die die Leute jetzt aufmalen, ist, die Eintracht hat die Kaufoption noch nicht gezogen, weil Hübner ja immer sagt von wegen, ja, ja, alles gut, wir haben die Kaufoption, wir haben ja noch Zeit. Die Angst, die die Leute jetzt haben, ist, die Eintracht hat die Kaufoption noch nicht gezogen. Jovic sagt jetzt, ja, nee, ich würde lieber für Barca und einigt sich nicht mehr der Eintracht auf den Vertrag und wir bleiben mal wieder irgendwie auf einem guten Spieler oder wir bleiben auf einer unbesetzten Position sitzen und haben kein Geld verdient. Und das ist nach meiner Meinung, ist das eine totale Eintracht. Kann man alle beruhigen. Nein, die Leute kann man beruhigen, das wird eine ähnliche Nummer, was im Real bei uns mit Mascarell abgezogen hat. Zu sagen, Mascarell, bla bla, Rückkaufrecht, dann haben die das gezogen und direkt wieder an Schalke weiterverkauft und das Geld selber eingesteckt. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass Jovic im Sommer schon weg ist. Dass wir sagen, okay, Option wird gezogen, bla bla, Vertrag passt, Lohner zahlt, keine Ahnung. Ja, aber dann kriegen wir die, also wir verdienen auf jeden Fall. Im schlimmsten Fall ist die Spieler halt einfach im nächsten Jahr weg. Genau, da reden wir wahrscheinlich wirklich jetzt ohne zu übertreiben und ohne zu untertreiben über so 45 Millionen Euro sind das schon. Da gehe ich fest von aus, alles, was drunter ist, fände ich eine Frechheit. Und alles, was drüber ist, was ich schon gelesen habe, ist auch, also da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also ich schätze mal so ein knackige 40, 45 Millionen Euro kriegen wir auf jeden Fall. Das Ding ist, was ich jetzt über drei Ecken gehört habe, was eigentlich auch ziemlich verlässlich ist, weil aus der Quelle damals auch diese Kovac-Informationen kamen, die Marvin und ich hatten, als wir gesagt haben, ja Leute, beruhigt euch die Nummer, der ist schon weg und bla bla, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass Barcelona uns den wahrscheinlich noch ein Jahr ausleihen wird. Also zu sagen, die sichern sich den jetzt einfach, weil die keinen Bock haben auf Stress, die wollen, die ballern das Geld raus, keine Ahnung, dann werden wahrscheinlich zwei Raten vereinbart, keine Ahnung. Die holen sich jetzt den im Sommer für 45 Millionen Euro und parken den aber noch ein Jahr hier, dass er sich hier noch eineinhalb Jahre weiterentwickeln kann und holen ihn dann, weil die Not bei denen jetzt auch nicht unfassbar gut ist. Das ist das, was ich gehört habe. Natürlich kann sich das auch noch ändern, vielleicht ist es auch noch gar nicht sicher. Vielleicht sind die Leute sich auch noch nicht, vielleicht sind die Leute. Aber das wäre ja ideal eigentlich, Basti, oder? Das würde ich auch unterschreiben, weil ganz ehrlich, Leute, keiner kann sich vormachen und ich habe es oft schon gesagt, hier und bei Fußball 2000 habe ich es letzte Woche gesagt, Jovic ist für uns zu gut einfach auch. Sorry, der Jovic ist einfach, das ist ganz ehrlich, der Typ ist 19 oder was? Oder 20, keine Ahnung. Das ist ja unglaublich, das ist einfach eine Maschine, der ist komplett, natürlich haben wir ja gesagt, der ist in allen Laptops schon drin und klar, dass dann irgendjemand kommt und die Variante jetzt wäre mir am allerliebsten, weil dann haben wir jetzt diesen Downer zu sagen, der ist weg, kriegen aber gleichzeitig ein hohes, hohes Schmerzensgeld und haben ihn noch ein Jahr da, ohne dass in diesem Jahr ständig nachgefragt wird, sondern es ist halt klar, fertig, aus. Dann hast du nicht dieses, dann wird im August geht es los, September, Oktober, November, Dezember, im Winter wieder geht er jetzt, nee, fertig, wir wissen, okay, der geht dann im Sommer, was ist das dann, 2020, geht er zu Barcelona und ganz ehrlich, es kann mir nicht einen einzigen vorstellen, der dann im Frühling 2020 Richtung Sommer hin, ihm das dann nicht gönnt und die Karriere weiterverfolgt und dass man sagt, ey, das ist einer von uns und da ziehe und wir erinnern uns an ihn und freuen uns, wenn er für Barcelona trifft oder sonst irgendwas. Wenn das so stimmt, wie es ist, dann bin ich der Letzte, der sich beschwert. Was ich übel finden würde, ist, wenn wir ihn im Sommer verlieren würden, weil er ist eigentlich derjenige, ich würde Jovic und Haller, also den einzigen, den ich im Sommer abgeben würde, ist A, nur einen von den dreien, einen, nicht zwei von drei und wenn dann ist das tatsächlich so blitzig, dass es anhört, wäre das bei mir Rebic, den würde ich dann im Sommer abgeben, zu sagen, okay, wenn wir einen gehen lassen müssen. Vielleicht im nächsten Sommer, wenn Jovic noch für ein Jahr Vertrags ausgeliehen. Genau, aber nicht, dass wir ständig, dass wir plötzlich nur noch mit Haller dastehen oder vielleicht im Worst Case mit gar keinem mehr. Ja gut, da müsste man jetzt den allmächtigen Kaderplaner wieder befragen, wen er da vielleicht noch irgendwie auf der Liste hat. Kurze Ergänzung, der Alex schreibt gerade im Chat, dass er ja quasi vom Fach ist, in Anführungszeichen, weil er Sportmanagement studiert und hat auch da nochmal bestätigt, dass im Regelfall an der Kaufoption immer ein verhandelter Vertrag hinten dran ist und du quasi dann nicht dann erst anfängst zu verhandeln, wenn du die Kaufoption ziehst. Also von daher würde das unsere Wahrnehmung bestätigen. Das Wichtige ist der Satz in der Regel, wir haben natürlich hier auch schon einige gesagt, nee, da hoffen wir mal. Also danke wirklich dem Land, stell dir mal vor, Barcelona löst den dann plötzlich in Lissabon aus, für diese sechseinhalb Millionen Euro oder was. Nee, 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 also da bin ich auch. Ganz ehrlich, früher hätte ich, wäre ich da sogar fast von ausgegangen, mittlerweile kann man bei solchen Dingen schon so ein bisschen beruhigter sein und ganz ehrlich, wir können es auch nicht immer fordern und irgendwie hier jetzt die letzten paar Jahre haben bis immer hier bemängelt, dass wir keine ablösenden zweistelligen Bereich kassieren. Wenn wir jetzt mal 45 Millionen kassieren, ist doch geil, dann kannst du wirklich, wirklich dir mit dem Geld auch wirklich eine Basis bauen und vielleicht für einen Jovic drei hoffnungsvolle Jovics auf allen möglichen Positionen holen und wenn von denen nur zwei von dreien wieder zünden, kannst du dich so sukzessive nach oben arbeiten. Von daher, das muss der Plan Eintritt sein, wenn das Angebot stimmt, ist alles gut. Natürlich darf der nicht für 20 Millionen Euro gehen, da sind wir uns glaube ich eigentlich. Gerade weil du ja auch ablöst, du musst ihn ja noch auslösen, das heißt, du verlierst sowieso in Anführungszeichen die 10 Millionen, den musst du ja eigentlich abziehen von dem Preis, den du dann hinten von Barcelona bekommst und da sagst du schon was Richtiges, also für effektiv dann 10 Millionen, die wir in die Kasse kriegen, wird es sehr, sehr schwierig auf dem Markt, überhaupt nur ansatzweise jemanden, der auch mit Potenzial nach oben hin da vorne spielen kann und da bin ich schon auch bei dir, Basti, mit der Aussage, wenn einer von den drei, dann Rebic, ist halt auch so eine Sache, Jovic hat vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial, auch noch ein bisschen dieses Beständige, dieses noch eine Saison jetzt mal hinten dran. Bei Rebic, was mir da wehtun würde, wäre natürlich dieses aggressive Anlaufen, dieses Bullige, dieses Geile, was einen immer mitreißt, wo man sagt, oh geil, das gefällt mir richtig gut und ich hoffe halt, dass trotzdem auch in der Mannschaft jetzt so das System generell ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr Pressing wieder reinkommt, dass auch so ein Spieler, wenn er mal nicht da ist, dass er nicht alleine diesen Zünder immer geben muss, sondern dass das auch andere übernehmen und das fehlt momentan so ein bisschen. Deshalb wird mir Rebic da auch extrem wehtun, aber von den drei natürlich wirklich noch am, ich sag mal, am wenigsten ist da vielleicht der richtige Ausdruck. Ja, klar, also dass wir Rebic nicht abgeben wollen, ist klar, ich würde am liebsten alle drei hier halten, aber das, da muss man realistisch sein, das wird glaube ich nicht passieren. Also Rebic, ich glaube, dadurch, dass Kovac sich so ein bisschen stabilisiert hat, wird er wahrscheinlich in München bleiben, wird wahrscheinlich noch eine Saison die Chance kriegen, zu sagen, okay, im Sommer wird Geld rausgeballert und dann kannst du zeigen, was du kannst und ich glaube, da ist Rebic leider, leider oben auf der Liste. Ich glaube, diese Bayern-Nummer ist noch nicht ums Eck. Nee, glaube ich auch nicht. Ah, ich hoffe, dass wir auch da dann Asche kassieren. Den einzigen, den ich wirklich niemals abgeben würde, ist Haller momentan. Ja. Auch nicht, auch nicht, wenn Dortmund uns irgendwie 5, 5, 5 Millionen Euro bietet, sondern da würde ich sagen, okay, ein bisschen Risikostreuung muss sein, zu sagen, wir verschärbeln jetzt nicht alles, sondern wir klammern uns an ein paar Säulen und der und der kann gehen, wo wir dann was Neues holen können, aber Haller würde ich unter keinen Umständen abgeben. Insbesondere hätte ich gern, dass alle drei noch eine Saison zumindest mal spielen. Ich hoffe ja, dass wir nächstes Jahr wirklich oben nochmal jetzt an der Ende der Runde oben mitspielen, nächstes Jahr vielleicht nochmal eine ganze Runde spielen können international. Es wäre halt schon geil, wenn du dann natürlich mit einer Truppe, die du dann auch punktuell nochmal verstärken kannst, wo wir ja später nochmal drauf kommen. Sorry René, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Alles gut. Ja, also klar, ich glaube, das ist argumentativ, wenn du sagst, du spielst nochmal eine Runde international, dann ist das nochmal eine ganz andere Verhandlungsbasis. Aber auch so, ich meine, die haben, wenn die Kaufoption bei Jovic dann gezogen ist, haben die ja alle erstmal noch lange laufende Verträge. Die Eintracht hat ja jetzt keine Not, die jetzt wirklich irgendwie abzugeben. Ich glaube, eine bessere Verhandlungsposition kann uns da jetzt gar nicht passieren. Und auf der anderen Seite hast du Vereine wie die Bayern, die vielleicht irgendwie mal noch ein bisschen was anderes im Sturm benötigen. Du hast ein Barcelona, wo Suarez einfach auch mit der Zeit ja nicht jünger wird, sondern eher älter. Das ist auch blöde gesagt. Aber da ist halt einfach auch die Not da. Also von daher, was Besseres kann uns da ja jetzt nicht passieren. Und was ganz Tolles ist, es uns auch gerade eben passiert, der Herr Marvin ist da. Guten Abend. Hi, guten Abend. Schöne Einführung, meine Güte, jetzt geht's aber ab. Genau. Wir überlegen gerade, ob wir dich mit Jovic nach Barcelona verkaufen oder nicht. Würdest du mir gehen? Oh, das ist natürlich schwierig. Also nach Barcelona? Nee, ehrlich gesagt, ich bleibe lieber bei euch in Frankfurt. Aber dass Jovic natürlich nach Barcelona geht, ich weiß nicht, ob Basti schon sein komplettes Gedankenkonstrukt ausgerollt hat. Aber das sieht schon alles sehr realistisch aus, ne? Ja, so weit waren wir auch schon, dass das wahrscheinlich ist. Und Basti hat das kleine Vögelchen befragt und das sagte ihm, dass er vielleicht noch ein Jahr auf Leihbasis da bleiben würde. Seien wir doch mal ehrlich, ist das nicht alles total optimal? Wir bekommen viel Geld. Er bleibt noch ein Jahr hier. Dass der auf kurz oder lang eh nicht fünf Jahre bei uns bleibt, ist doch auch klar. Und dann lieber hat er noch ein Jahr Entwicklung und selbst wenn er Kacke spielt, haben wir viel Geld eingestrichen und die Sache läuft. Ich finde das ein optimales Ding. Viel Geld wäre perfekt. Und ich habe jetzt heute gelesen, ja, meine Güte, warum muss das immer zu Unzeit kommen, die Transfergerüchte. Ich finde es ehrlich gesagt total unproblematisch. Wir haben jetzt immer noch Februar. Wenn das jetzt am Ende der Saison wäre, dann hätte ich das viel problematischer gefunden. Mach den Deal jetzt, sattel ihn ein und dann ist für alle Seiten die Sache klar. Jovic ist noch ein Jahr in Frankfurt läuft. Vor acht Wochen hätte ich diese Gerüchte irgendwie scheiße gefunden, als ja noch Transferfenster offen war, weil dann halt wieder nicht was ist. Dann hast du wieder die Unsicherheit in den ersten zwei Spielen der Rückrunde. Jetzt ist das Transferfenster zu. Wir wissen, bis die Saison rum ist, spielt er auf jeden Fall hier. Ja, wenn der weiß, ey, ich kann jetzt ab einer Chance irgendwie beim geilen Verein zu spielen, dann wird er sich in den nächsten Spielen noch zweimal mehr irgendwie reinhängen, weil er irgendwie sich da beweisen will. Also was Besseres kann uns auch gerade eigentlich gar nicht passieren. Ja. Und wir können frühzeitig, wenn das Thema durch ist, auch schon mal mit den Bündelchen wedeln und sagen so, wer hätte denn Bock nächstes Jahr hier zu spielen? Nee, musst du gar nicht. Aber du kannst zumindest sagen, ey, Rode, Trapp, ihr bleibt jetzt einfach. Für die Diskussion mit Trapp wäre das natürlich auch nochmal ein wichtiger Faktor. Den hatten wir ja letzte Woche auch schon, zu überlegen, ob man Trapp nicht irgendwie entweder nochmal über längere Zeit ausleitet oder vielleicht auch wieder zurückkauft. Ich will den haben. Ganz ehrlich, auch wenn jetzt irgendwie was kommt. Du hast auf der einen Seite bist du komplett außen vor, was Renault angeht. Der Junge kann einem leid tun, das ist das scheiße gelaufen. Ja, das ist echt traurig. Der wird aber, der ist aber leider auch noch eine andere Nummer. Der ist, wenn du jemanden wie Trapp da hast, der jetzt die Erfahrung hat, der weiß, wie Profifußball in ganz, ganz gehobener Klasse funktioniert, den du dir sichern kannst, dir offensichtlich sogar auch Bock hat, bei der Eintracht zu bleiben. Ey, dann nehme ich halt dir 10 Millionen in die Hand und mache das. Dann ist es halt so. Ja. Stimmt. Aber wir müssen jetzt auch festhalten, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist jetzt alles erstmal viel Gerücht. Und wir haben jetzt unsere Meinung dazu abgegeben. Wir glauben auch dran, dass das Thema alles soweit in trockenen Tüchern ist. Aber wir werden auf jeden Fall als Eintracht oder die Eintracht wird auf jeden Fall von diesem Deal partizipieren, wie es so schön heißt. Ich mache mich da ganz locker. Ich mache mich da ganz locker. Überhaupt. Weißt du, ich habe jetzt schon heute so viel dazu gelesen, so viele Leute, die gesagt haben, oh, da bekommt wir gar kein Geld. Leute, macht euch locker. Wir bekommen Geld. Bobic, schafft das aus und dann ist das alles gut. Dann können wir uns dafür auch neuen tschechischen Spieler kaufen. Ob der dann genauso gut ist, das weißt du nie. Aber das wird. Genau. Dann lasst uns doch mal auf das gucken, was spielerisch da am Wochenende passiert ist, wenn wir hier über ganz locker reden. So ganz so locker war dieses 0 zu 0 am vergangenen Samstag nicht. Ich persönlich fand es eher sehr aufregend. Mir war da zu viel Pingpong dahinter. Also mit ruhig sitzen war da nicht. Aber fangen wir doch vielleicht mal mit einem kleinen Vorbericht an. Herr Basti, Sie waren im Stadion. Es gab Selfies von Ihnen mit Menschen mit komischer Bullenmütze. Wie konnte das passieren? Ja, ich habe mal gedacht, ich tue was für die Fanverständigung zwischen den Fanszenen in Anführungszeichen, zumindest in Anführungszeichen auf der einen Seite. Nee, ich habe mich ja, ich habe mich bei 390 die letzten Monate, Jahre immer über diese Mützen lustig gemacht. Und als dann der Herr tatsächlich, einer dieser Herren tatsächlich mir entgegen lief, habe ich gedacht, jetzt oder nie, Basti, du wirst wahrscheinlich nie mehr ein Spiel in Leipzig besuchen, weil Once in a Lifetime. Ja, genau. Das war eine Once in a Lifetime Opportunity. Ich habe sie am Schöpfe gegriffen und bin sehr, sehr zufrieden nach Hause gefahren, weil ich dachte, geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, der war sehr, sehr nett. Der war fast schon zu nett. Ich habe eher gedacht, der lehnt das ab, das Selfie. Aber der war breitwillig. Der hätte sogar, glaube ich, noch mehr Selfies mit mir gemacht. Und der war sehr, sehr, sehr enttäuscht, dass ich eigentlich gar keinen Bock hatte, mich mit ihm zu unterhalten. Das ist ein bisschen traurig jetzt. Ja, aber auch nur für einen kleinen Moment, dann ist wir da rum. Nein, auf jeden Fall, ja, es ist schwierig. Man kann diese Atmosphäre da ganz, ganz schwer greifen. Also es ist gar nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und mich darüber lustig mache. Sondern es ist so, natürlich kann man es ja darüber lustig machen. Mache ich auch noch. Aber das ist eine merkwürdige Nummer, weil das ist, wie gesagt, du kannst es mit keinem anderen Auswärtsspiel vergleichen. Nicht mal in Hoffenheim. Aber die beste Stimmung war, als der Polizeichorps der Eintracht gespielt wurde, oder? Also zur Begrüßung der Auswärtsfans war doch im Endeffekt... Genau das gleiche haben wir auch mal von Völkerverständigung. Also war die sicherlich beste Stimmung im Stadion, auf jeden Fall. Also man muss es ja sagen, Hoffenheim kennt man, Hoffenheim ist Fernsehgarten. So, halt da sitzen sie halt, bla bla. Das ist aber nicht Fernsehgarten, das hat, boah, ich will mich jetzt nicht auch in kein Nest setzen, aber Fernsehgarten ist das nicht. Das ist ein bisschen schroffer, will ich es mal sagen. Das erinnert schon an, ja, ich sag's jetzt nicht, egal. Auf jeden Fall ist es so, wie gesagt, das ist ein bisschen beklemmt. Die Stimmung ist bei denen teilweise auch sehr, sehr laut, aber das wirkt arg aufgesetzt. Das heißt, klar, die müssen sich ja auch an gewissen Fangesängen bedienen, die man eh schon kennt. Das machen ja nicht nur die, das machen ja auch andere. Aber so ein bisschen, es wirkt arg unbeholfen. Dann gab es irgendwie auch noch einen Fan-Protester auf wirklich hochglanz ausgedruckten Bannern. Also allein das war schon ein bisschen surreal. Es sah so aus, als hätte das an seiner Plotter-Werbeagentur irgendwie gedruckt. Wirkte nicht sehr authentisch. Da gibt es irgendwie Stress. Ich habe keine Ahnung, was es da überhaupt geht. Aber das hat mich so ein bisschen angesteckt, muss ich sagen. Also diese Aggressivität, dieses Bock und dieses Singen emotional, was ich normal auswärts immer habe, das hatte ich da nicht. Da hat wahrscheinlich das Spiel auch zu beigetragen, aber trotzdem auch das Ganze drumherum dort, muss man sagen, was dazu geführt hat. Also das Ergebnis fasst diesen Tag ganz gut zusammen eigentlich. Es tut mir leid, dass ich es nicht präziser formulieren kann. Man muss dabei gewesen sein, typischer Fall. Und alles andere, was ich jetzt hier zur Beschreibung nutzen könnte, könnte mir irgendwann um die Anfliegen. Deswegen, ich habe ja gelernt, liebe Freunde, das mache ich jetzt nicht. Genau. Schweigen ist Gold, ja. Und da Smileys bei einem Audio-Format nicht funktionieren, können wir das jetzt auch nicht damit näher umschreiben. Denkt euch einfach den WhatsApp-Smiley, den Grinsenden. Dann lasst uns auch vielleicht ein bisschen mehr über das Spielerische reden. Es war ja durchaus ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei es gerade auch in der zweiten Hälfte und sehr zu Beginn des Spiels Leipzig ein paar mehr hatte, weil ich sehr stark der Meinung bin, dass wir einfach wesentlich defensiver gestanden haben. Ich glaube, da werdet ihr mir wahrscheinlich gleich zustimmen. Hot Take, Hot Take. Was auf der anderen Seite halt, und das hattet ihr ja auch bei Fußball 2000 vorhin besprochen, einfach zu unwahrscheinlich viel Langholz gefühlt hat, weil du halt einfach eine riesen Lücke in diesem Mittelfeld da hattest. Und das war ja das, was wir letzte Woche schon gesagt haben und vorletzte Woche auch schon. Das funktioniert halt in einem koordinierten Spielaufbau nicht. Also die wenigen Chancen, die wir hatten, aus denen hätten wir schon irgendwie Tore machen müssen, meiner Meinung nach. Also da waren durchaus Dinger mit dabei. Aber am Ende können wir uns auch nicht beschweren, gerade wenn ich jetzt nochmal an diese, diesen einen, was war das, Eckball denke, den Fernandes da von der Linie kratzt und dieser Pfostenschutz, der da von Sabitzer war, wo Trapp dann gerade noch so aus kürzester Entfernung den Arm hochreißt. Also da war schon, ich weiß Marvin, du magst es nicht, aber da war viel Glück auf unserer Seite. Nee, da würde ich sogar zustimmen. Also du hast vollkommen recht. Ich habe auch überlegt, ob man diesen Begriff hier verwenden kann. Aber insbesondere, weil Trapp das Ding ja noch an die Schulter bzw. an den Rücken gesprungen ist und dann halt nicht reingegangen ist. Das ist wirklich Glück. Also ich glaube, das ist die Definition davon. Die ist wahrscheinlich auch ein Stück weit erarbeitet worden, denn die Eintracht hat extrem couragiert in der Defensive gearbeitet. Ich fand, Kostic hat ein mega geiles Spiel gemacht. Wir haben Hinteregger gehabt, der richtig gut sich in diese Mannschaft reingefunden hat. Diese Aktion, wo er die Arme so verschränkt zwischen sich und Paulsen hat und den dann einfach mal so mit so einem leichten Schubser, der so hart an der Grenze ist, aber überhaupt noch nicht irgendwie strafwürdig so aus dem Tritt bringt, dass er ihm den Ball da zwischen den Füßen wegspitzeln kann. Also in dem Moment habe ich mich ein bisschen in ihn verliebt. Genau, genau das. Und auch ein Dika. Ja, der war auch mega stark. Wer mir auch viel zu kurz kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Den haben wir zum Beispiel bei Fußball 2000 nur ganz rudimentär, glaube ich, angesprochen. Ja, mir geht es aber ehrlich gesagt um Fernandes. Ich fand, Fernandes hat ein brutales Spiel gemacht. Der ist so wichtig. Und ja, natürlich, wir sagen es zu selten, aber Fernandes ist einer der zentralen Spiele, zumindest in einem Defensivverbund. Offensiv sah es natürlich grundsätzlich anders aus. Und natürlich müssen wir darüber auch reden. Ja, dann lassen wir es nochmal. Man kann das trotzdem nicht klein genug, aber man kann das nicht groß genug aufmachen, weil was die da hinten weggeballert haben, und ihr habt es ja schon gesagt, weil dieses Langholz hat ja dieses Pingpong auch quasi hervorgerufen. Aseba hat ja den Ball rausgekloppt und der musste sich gefühlt drei Sekunden später eh schon wieder konzentrieren, weil wieder was angerollt kam. Da waren nicht immer nur viele Angriffe dabei, aber du musst ja auch erstmal als Abwehr selber dafür sorgen, dass das eben nicht gefährlich wird. Und Leipzig immer wieder auf die Außen gespielt hat. Da musst du wieder verschieben, musst hinterherlaufen. Und da waren schon einige geile Zweikämpfe dabei. Ihr habt hinterher gesprochen. Aseba hat das ein oder andere Ding gehabt, Indika auch. Das ist schon geil. Also das ist, die Mannschaft ist auf jeden Fall wach, aber die wurde, um jetzt darauf einzuleiten, was René glaube ich jetzt ansprechen wollte, die wurde einfach durch dieses System und diese Spielweise ein bisschen gebremst, irgendwie offensiv was zu machen. Und da müssen wir jetzt hier glaube ich in der Diskussion rausfinden, ob das schlau war oder ob das irgendwie unsere Möglichkeiten von Anfang an so ein bisschen begrenzt hat. Weil man darf nicht vergessen, glaube ich trotzdem, dass wenn wir ein bisschen mehr Risiko gegangen wären, uns das auch noch mehr um die Ohren hätte fliegen können, weil Leipzig halt einfach eine brutal physisch, taktisch perfekt eingestellte Abwehrmaschine einfach ist. Das unterschätzt man bei Leipzig, glaube ich, immer, weil man immer über die Offensive redet. Aber Leipzig ist, was eine Abwehr betrifft, und da ist auch egal, wer da spielt. Also es ist egal, dann haben wir uns gefreut, dass zwei ausfallen. Nee, ist Wurst. Das ist ein System, die sind alle topfit und physisch wirklich so, dass sie dich echt ärgern können, beziehungsweise dich komplett aus dem Spiel nehmen können, was sie mit unseren Stürmern gemacht haben. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was das betrifft. A hätte ich mir natürlich gewünscht, dass mir Risiko gegangen wird, weil es ein wichtiges Spiel war, punktemäßig. Aber ich kann den Ansatz, den Hütter gewählt hat, verstehen, weil er dieses System ja auch kennt. Er ist ja auch aus Salzburg und bla bla bla. Er weiß ja vielleicht, wie man das so ein bisschen eindämmen kann. Das hat er geschafft mit ein bisschen Glück, habt ihr auch gesagt. Aber wie seht ihr das? Also das ist für mich sehr, sehr zweischneidig. Auf jeden Fall. Hast du völlig recht, Basti. Was mir auch da wirklich so ein bisschen auf der Seele gelegen hat, war einfach, dass wieder die Doppel-Sechs zwar sehr gut agiert hat mit Fernandes. Rohde hat auch ein solides Spiel gemacht, war okay. Aber du hast gesehen, gerade für so ein Spiel ist dann ein Spielmacher auf der Sechser-Position unglaublich wichtig, der mal einen Pass auch spielt, der vielleicht auch mal die Situation lösen kann, ohne eben dieses elende Langholz, wo du gesagt hast, jetzt wieder den Ball gerade verschenkt, jetzt kommt die nächste Welle. Ihr habt es schon richtig angesprochen. Hasebe, Ding rausgekloppt, gerade umgedreht. Oh, da kommen sie ja schon wieder. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du im Endeffekt Spieler hast wie ein Rode, der teilweise wirklich dann auch wieder Harakiri-Pässe oder auch gar nicht ins Spiel dann reingekommen ist in ein Aufbauspiel. Dadurch sehen natürlich dann auch Spieler wie Jovic und Rebic vorne. Rebic sowieso meiner Meinung nach eigentlich der schwächste Spieler gewesen von der Offensive, auch wenn Jovic auch relativ schwach war. Rebic hat einfach auch so Bälle gar nicht, er hat eigentlich in den Zweikämpfen immer den kürzeren gezogen. Das ist eigentlich ungewöhnlich für ihn. Ja, aber das war auch so ein bisschen, also ich glaube, das war gewolltes Spielsystem von Hütter, wie du schon sagst, er kennt das Spielsystem, was der Dosen, das Dosen-Konsortium da an all seinen Stationen irgendwie spielt. Das war bewusst so. Auch mit der Doppel-Sechs, der wollte, dass das eine reine Abwehrschlacht da hinten wird, weil ich glaube schon, wenn wir da mehr Risiko gegangen wären, da wären da zwei Dinge hinten ins Tor reingefallen, weil alles hätten Hasebe, Hinteregger und Endika da hinten jetzt auch nicht rauspfeffern können. Und zu Rebic, den haben sie halt einfach systematisch abgekocht. Das konntest du merken. Der war von Minute zu Minute war der genervter. Die sind immer zu zweit da drauf. Der hat den Zweikampf verloren. Er hat, was aber halt auch doof war, zu versuchen, allein gegen zwei da in den Zweikampf zu gehen. Wie du schon sagtest, Basti, die sind abwehrtechnisch nicht zu unterschätzen. Und du hast es von Minute zu Minute gemerkt und irgendwann hat er dann auch nicht mehr nachgesetzt. Er hat den Ball verloren und ist nicht nochmal irgendwie hinterher und hat versucht, sich zurückzuholen, sondern ist ganz langsam zurückgetrabt, ja, fluchend vor sich hin. Der war halt einfach so demotiviert, den hättest du nach 20, 25 Minuten eigentlich vom Platz nehmen müssen. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, durch wen hättest du ihn ersetzen können, ja? Ja, also ich spreche sehr verschiedene Punkte an, die auch, würde ich fast sagen, ein bisschen wegführen. Also nehmen wir uns mal ganz kurz der Thematik Rebic an. Ich glaube auch, dass hier wir eine Taktik gewählt haben, die wirklich nicht auf jeden Gegner zutrifft, die nicht bei jedem Gegner passt. Und wir merken, dass Rebic halt nicht so funktioniert, wie er im Optimalfall funktioniert. Ich fand, er war wirklich, da gebe ich Dennis vollkommen recht, mit der schwächste Spiele, auch gerade in der Offensive auf dem Platz. Vielleicht muss ich dann sagen, ich stelle mein System um und der Passenzier ist die ganze Zeit auf der Bank, ja? Und vielleicht habe ich dann zwei große, wie Aller und Passenzier, die dann zusammen mal spielen. Das haben die ja noch nie wirklich gemacht oder ganz selten. Ich will das auch mal sehen. Und ich meine, defensiv stehst du dann auch mit den beiden ja gut. Also ich meine, das ist ja nicht so, als würde Rebic in der Defensive Zweikämpfe gewinnen. Für die Defensive ist da eher jemand wie Aller wichtig. Aller würde ich ganz wirklich, wirklich Last Resort mäßig rausnehmen, nur wenn es nicht mehr anders geht. Und würde da stattdessen lieber mal probieren, ob Passenzier da reinpasst. Irgendwie wird dann die Oka Cinovic-Auswechslung, beziehungsweise Einwechslung, war sinnvoll, wenn du dann versuchst, über ihn das Spielmacher Konzept irgendwie laufen zu lassen. Aber es ist natürlich so, uns fehlt da diese Schnittstelle. Die konnten wir nicht adäquat besetzen. Ich versuche aber ehrlich gesagt nicht darüber zu mosern, auch wenn es sehr viele gibt, die da unzufrieden sind, weil irgendwo teilweise wurden meine Gebete erhört, dass wir in der Defensive zumindest uns wesentlich stabiler aufgestellt haben, was für mich immer die Achillesferse der Eintracht in der Rückrunde ist. Deswegen bin ich da zufrieden. Ganz optimal ist es nicht, gerade weil ein Fabian nie an sein Leistungsniveau gekommen ist, der jetzt folgerichtig verkauft wurde und du da natürlich eine offene Stelle hast. Ein Stinderer kann sie nicht besetzen. Sonst haben wir auch keinen. Der Guzman ist auch nicht der offensive, ne ja, ist halt auch nicht dieser, dieser offensive Geist. Der ist natürlich ein bisschen offensiver als ein Fernandes, aber der hat auch nicht dieses total kreative Element. Das heißt, wir haben da Flanken offen. Ich will aber nochmal ganz kurz zu was anderem zurück. Kann man grundsätzlich ein Spiel auf 0 zu 0 spielen? Weil vielleicht war ja genau das der Plan. Kann man, was meint ihr, kann man ein Spiel? Das war der Plan. Ja, geht das? Also keine Ahnung. Ja, klar. Warum nicht? Also, meinst du jetzt, ob es sinnhaft ist oder ob es taktisch geht? Ich glaube, das macht niemand. Ich glaube, das macht keiner. Also ich glaube schon, dass du eine defensive Ausrichtung wählst, aber ich glaube trotzdem im Hinterkopf hast du immer, egal wer du bist, dass du trotzdem irgendwie treffen willst. Das hat die Eintracht auch. Ja, aber also die Eintracht hat die Bälle nach vorne gebolzt und wollte, natürlich wollten die treffen, wollten aber mit dem geringstmöglichen Risiko treffen. Das ist das, was Marvin angesprochen hat. Man darf nicht vergessen bei dieser Spielanlage, die wir jetzt gewählt haben. Ich habe ja gesagt, ich kann es auch verstehen, weil wenn du den Ball nach vorne bolzt und probierst irgendwie, dass vielleicht einer durchrutscht, dass vielleicht wie im Pokalfinale einmal hinter die Kette kommt, dann funktioniert das, aber weil wenn du das nämlich nicht machst und du spielst mit dieser Spielmacherposition, du spielst flach von hinten raus, die Leute rücken auf und du spielst offensiv, dann fliegt dir das viel schneller um die Ohren. Ein Fehlpass-Flachpass ist schlimmer als ein hoher Flachpass. Dann würde ich, ja, gebe ich dir recht, das war auch so ein bisschen das, was ich meinte, dann formuliere ich das um. Hütters Taktik oder Hütters Primärziel war mindestens einen Punkt mitzunehmen. So, und ansonsten hat er drauf gehofft, wie du sagst, mit langen Holz, das hast du auch daran gesehen, dass die Eintracht-Spieler auch sehr oft irgendwie mal im Abseits standen, dass da einer irgendwie durchfällt und ansonsten auf Standards zu hoffen, was uns ja mit dem Freistoß von Kostic auch hätte gelingen können, wenn er den vielleicht ein bisschen schärfer geschossen hätte. Aber ansonsten war ganz klar hinten Zement anrühren und versuchen irgendwie mit dem langen Holz dann doch, dass da noch irgendwie einer mal durchrutscht. Aber Primärziel war, einen Punkt mitzunehmen. Ja, ich bin halt so ein bisschen unzufrieden, weil du normalerweise denkst, die Qualität hast du normalerweise und du musst ja nur diese, blöd gesagt nur, diese Schnittstelle im Endeffekt besetzen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, und deshalb war das vorhin Marvin mit Degussmann als Vorschlag, wenn ich mir natürlich einen Rode angucke, der schon bei Fünf-Meter-Pässen teilweise dann nicht wirklich den Druck hinter den Ball bringt oder diese Genauigkeit auch manchmal einfach in den Pässen fehlt. Der ist zwar super im Anlaufen und der ist auch, gefällt mir wirklich gut. Das ist jetzt auch Kritik auf hohem Niveau. Degussmann hat meiner Meinung nach dann doch nochmal ein bisschen mehr Gefühl im Fuß. Degussmann, den Pass auch mal, und da bin ich natürlich jetzt wieder in dem Zwiespalt, den Pass auch mal flach durch die Ketten zu spielen. Das ist natürlich dann wieder mit dem Risiko verbunden, wenn natürlich alle nach vorne sich bewegen, bist du hinten weiter offen. Aber ich denke schon, ich weiß nicht, ob wirklich ein Hütter gesagt hat, Leute, jeden Ball hauten auf jeden Fall nach vorne, bitte keine Flachpässe, damit wir nicht hier irgendwie in den Konter laufen, sondern ich glaube einfach, dass das Spielsystem, und deshalb fehlt mir so ein bisschen auf der Sechser-Position. Es ist toll, dass Rode da ist, ist aber schade, dass Degussmann so überhaupt keine Chance im Moment zumindest mehr bekommt. Ich bin gespannt, ob Toro eventuell auch wieder eine Rolle spielt, denn auf dem Toro rechne ich ein bisschen mehr Qualität zumindest in der Pass, in dem Gefühl, um auch mal so einen Spieler zu schicken. Denn Rode ist dafür da, der überhaupt nicht geeignet, meiner Meinung nach. Aber vielleicht seht ihr es auch anders. Ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig und ich kann mir auch vorstellen, dass das für den Trainer schwierig ist, weil du bist echt in diesem Zielspart, dass du drei vorne Kanonen hast und du probierst es halt irgendwie reinzuballern und dann ist es vielleicht auch so, dass sich die Alternativen, die da sind, Marvin hat es angesprochen, Degussmann hat schon mehr Qualitäten, aber was ich bei Degussmann gerade finde, der ist nicht in Form einfach auch. Das hast du gesehen, als er gespielt hat. Das war eine Katastrophe. Und Degussmann ist halt trotzdem auch nicht der, der die Lücken wie Fernandas stopfen kann und auch nicht wie Rode. Und ich glaube einfach, dass Hütter diese Sicherheit haben will. Was ich glaube, was in Leipzig schiefgelaufen ist, dass Leipzig gar nichts angeboten hat. Die waren wirklich brutal stark. Weißt du, also ich glaube, die Eintracht spekuliert auch immer darauf, dass der Gegner ein bisschen unabsichtbar ist und dass du dann, wie in Hoffenheim damals, als in Hoffenheim haben wir auch nicht gut gespielt, aber in Hoffenheim, einmal haben die nicht aufgepasst. Und dann kommst du drauf durch. Zack, Ballertrebitz, dieses Ding rein, nach der Halbzeit machst du 2-0, gewinnst du das Ding. Das hätte in Leipzig auch gelaufen können. Erinnert euch an das Katschinovic-Ding, die Eintracht hätte da gewinnen können, dann hätten wir hier, dann wäre es mir scheißegal gewesen. Ja, klar. Dann hätte ich hier nichts erzählt von irgendwelchen Sechshörn und blablabla, hätte ich mich gefreut. Genau. Die Sache ist, es ist nicht so, ich sehe es aber auch nicht so, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich glaube, was in Leipzig, glaube ich, schiefgelaufen ist, ist, dass die auch die Außen, zumindest offensiv, nicht richtig einbinden konnten. Weil du kannst so ein Spiel auch mal gewinnen irgendwie, dann startet Kostetschow außen, flankt das Ding rein und in die Halle steht da 1-0. Also, hat auch nicht funktioniert. Wenn das alles nicht geht, dann sieht das Spiel vielleicht auch so aus und da spielt der Gegner halt auch eine Rolle, weißt du. Also ich glaube, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass wir diese Systemdiskussion und diese einzelnen Spieler mit ihren Qualitäten, diese Bewertung, dass wir die nicht zu hart führen. Ja. Weil das trotzdem jetzt in den letzten zwei Spielen Gegner waren wie Dortmund und Leipzig. Und wir haben zwei Punkte immerhin. Genau. Zwei Mannschaften, bei denen du nicht mit Punkten rechnen kannst. Gerade auswärts in Leipzig. Das war, glaube ich, war das unser erster Punkt in Leipzig? Ich weiß es gar nicht. Kann gut sein, dass das jetzt unser erster Punkt war. Viele haben wir da noch nicht geholt. Ja, also insofern, es ist natürlich, wir haben andere Ansprüche und wir sehen, dass Dinge offensiv nicht funktionieren, weil sie theoretisch auch, zumindest wenn wir das Spiel, Bremen, da haben wir ja gut okay, haben zwei Tore geschossen, aber auch da ist es nicht so richtig gut angelaufen. Offensive, da müssen neue Konzepte her und daran muss weitergearbeitet werden. Und wir können jetzt nicht mehr mit Verstärkung arbeiten, sondern wir müssen uns überlegen, wer passt in das System und wie stellen wir es eventuell um, dass wir vielleicht, sage ich mal, von der Straßenbande ein bisschen abgehen und lieber, ja, vielleicht wirklich Rebic mal eine Auszeit gönnen, dementsprechend halt jemanden anderen da vorne installieren. Vielleicht Katunowitsch, auch wenn er nicht so richtig gut drauf ist, das Vertrauen schenken. Was anderes können wir nicht machen. Stendere ist leider viel zu langsam und sonst bleiben uns die Alternativen irgendwie außen vor. Ja, stimmt. Ja, ich fände es auch riskant, ich fände es wirklich riskant, Rode und Fernandes auseinanderzureißen, weil momentan sind die einfach wichtig. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, die sind schon wichtig. Da müssen andere Möglichkeiten gefunden werden, da musst du halt einen von den drei opfern. Ich würde jetzt nicht anfangen zu sagen, okay, dann stellst du Fernandes und Katunowitsch auf die Sechse. Das würde auch für die Instabilität sorgen, dann machen wir vielleicht wieder zwei Tore, Kassina war drei. Ja. Und das Ding ist, wir hatten es auch, glaube ich, wir haben es ja besprochen, wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, dieses Langholz, das haben wir auch erwartet. Also es ist nicht so, dass wir es nicht, wir haben es ja vorher gesagt, wir wussten das, dass das so kommen wird. In dem Ausmaß hätte ich es nicht erwarten, muss ich tatsächlich sagen, ich habe gedacht schon, dass ein bisschen mehr versucht wird, aber ich glaube, dass wir gegen Gladbach noch ähnlich agieren werden. Lieber vorsichtig sein. Die Spiele, wo wir selber noch intensiver in diese System- und Spielweisendiskussion einsteigen können, sind dann die Spiele, wo wir besser sind. Da kommt es drauf an. Das kommt drauf an und es ist mir egal, was bis dahin da passiert. Die Eintracht muss zum Beispiel in Hannover gewinnen, Punkt. Ja, klar. Und das muss auch rausgespielt werden. Das kann nicht glücklich sein. Die Eintracht muss ihre Qualität auf die Straße bringen. Die müssen die auseinanderschrauben und dort 3-0 gewinnen. Weil wenn das nicht geht, dann stimmt irgendwas wirklich in der Systematik nicht. Weil Hannover ist eine grottenschlechte Mannschaft, da kann Thomas Doll noch so viel erzählen, wie er will. Das ist eine unfassbar schlechte Mannschaft. Die werden bis dahin auch nicht besser. Und das sind die Spiele dann. Da kommen diese Spiele, kommen dann. Düsseldorf, Hannover, bla 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 bla. Und da müssen wir gucken, wie wir da zurechtkommen. Gegen Gladbach können die von mir aus noch probieren, irgendwie hinten zu stehen, die Bälle nach vorne zu bolzen und hoffen, dass Rebic, Haller oder Jovic einfach ein Ding machen. Weil das hat ja auch schon funktioniert, Leute. Gegen Freiburg hat das zum Beispiel funktioniert. Da war die Eintracht auch nicht viel besser. Da schießen wir halt aber ein paar Tore. Leipzig hat nicht zugelassen, meine Güte, weiter geht's. Ich will nur, was mir wichtig ist, dass wir jetzt hier aus der Diskussion rausgehen, dass wir nicht so tun, als wäre wirklich alles schlimm, sondern das ist schon in Ordnung. Mein Gott, die Welt steht nicht in Flammen. Wir sind nicht auf dem Abstiegsplatz. Wir haben gegen eine doch sehr solide und bis ins kleinste eingestellte Mannschaft am Ende einen Punkt geholt. Es war kein schönes Spiel, das haben wir vorher auch nicht erwartet. Und jetzt geht's nach vorne gucken, die Euro-Wochen mitnehmen und danach in der Liga punkten. Ja, es ist ja im Endeffekt auch so, dass bis dahin, gerade wenn Basti die Spiele anspricht, wer weiß, ob es vielleicht nicht sogar so ist, dass der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt. Vielleicht entspannt sich die Situation im defensiven Mittelfeld noch mehr, dass Toro plötzlich wieder zu einer Option wird. Vielleicht wird dem einen oder anderen dadurch eine Möglichkeit gegeben, auch ein bisschen mehr das spielerische Element in den Vordergrund zu stellen. Also ich glaube, da gibt's noch die ein oder andere Chance. Wichtig ist halt, dass wir jetzt durch die Wochen kommen. Gladbach wird nochmal eine richtig harte Kiste. Ja, weil, keine Ahnung, wenn wir da irgendwie punkten, Dreifach wäre brutal, ein Punkt wäre auch schon okay. Aber wenn wir da durchgehen und dann kommen wirklich die Wochen der Wahrheit, wo es dann darum geht, auch mit drei Punkten dominant zu zeigen, dass wir, und deswegen sind wir so ein bisschen kritisch, glaube ich, alle, weil die Liga halt total eng ist. Du hast halt kaum Abstand, ne? Aber ist es das vielleicht, was uns wirklich dann zu einer Top-Mannschaft fehlt, dass wir diese Kreativität auch im Sechser-Bereich haben und dann eben diese Linien auch überspielen können? Ist das vielleicht genau das, was die Mannschaften, die dann, ja, ich sag mal, über uns jetzt noch stehen oder auch da direkt mit uns konkurrieren, was wirklich ein Problem darstellt? Weil ihr habt es ja richtig gesagt, nach dem Spiel, du hast jetzt diese drei Horrorspiele, danach kannst du wieder eigentlich sagen, wenn wir unsere Leistung abrufen, die wir, ja, zumindest in der Hinrunde auch regelmäßig abgerufen haben, dass wir regelmäßig wieder drei Punkte einfahren und gegen die großen Klubs geht es eher, und dazu hatte ich vorhin auch die Frage verstanden, eher darum, wir müssen das Spiel ein bisschen kaputt machen, wir müssen lange Bälle spielen, weil wir haben im Endeffekt das System noch nicht, die Qualität vielleicht auch auf der einen oder anderen Position noch nicht, um da wirklich um drei Punkte mitzuspielen. Ich tue mich da jetzt gerade so ein bisschen... Ja, wahrscheinlich wird uns am Ende da so ein bisschen auf dieser Position halt einfach was auffielen, aber ich glaube, das war ja das, wo Basti vorhin auch so ein bisschen drauf hinaus wollte. Das Thema ist halt jetzt auch für die Saison rum. Ja, also da hätten wir in der Winterpause, wenn wir sowieso drauf drängen, ein Fabian abzugeben und sagen, ein Gartinovic ist nicht derjenige, der uns da jetzt halt eben weiterhilft, hätte man da noch was tun müssen. Haben wir nicht. Ich würde aber gerne auch mal was versuchen. Marvin hat es vorhin auch schon gesagt, Patienz ja auch mal im Sturm natürlich da mal eine Chance geben, aber vielleicht auch auf der Sechser-Position. Gut, Willems hat jetzt nicht das Beste, der kam wieder rein, hat fast wieder hier direkt gelbe Karte, vielleicht dann auch noch extrem rot gewertet. Fast ein Tor verschuldet wieder. Ja. Der Typ hat das an sich, ich weiß gar nicht, ob er das extra macht, aber der Typ hat ein Haar über seinem Kopf irgendwie. Aber ich würde mir dann vielleicht mal ein bisschen, ja, mehr Risikobereitschaft auch in so Spielen wünschen. Vielleicht ist das auch was, was ich dann gerne von Hütter mal sehen würde, dass man nicht diese, ein Rote, der wirklich dann auch natürlich an so einem Spiel gut arbeitet, aber wenn der, er war ja anscheinend jetzt auch leider Gottes verletzt, in Anführungszeichen, er hat ja irgendwie muskuläre Probleme gehabt. Mal sehen, ob er im nächsten Spiel dann zur Verfügung steht. Aber vielleicht, dass man da mal jemand anderen noch mal versucht reinzubringen, um das Spiel einfach mal, wenn über neuen Impulsen, neuen Spielertyp vielleicht auch. Nein, aber eigentlich ist genau das, wovor ich warnen wollte. Sorry, Marvin erst. Nee, 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 hau rein. Nee, also das ist eigentlich, wovor ich warnen wollte, Leute. Wir können doch jetzt nicht anfangen. Jemanden wie Rote, der echt gut spielt und diese drei da vorne auch, dass wir sagen, wir müssen jetzt hier zwei von denen austauschen. Das ist mir zu schnell. Sorry. Also Rote, also das ist mir viel zu schnell, weil so kacke ist es auch nicht. Und Paciencia, den einzigen, für den du, den einzigen, den du für ihn austauschen kannst, ist Haller. Du kannst ja nicht mit Haller und Paciencia spielen. Dann ist die Statik ein bisschen zu straff da, also zu statisch da vorne. Kommt doch auch viel drauf an, oder? Gerade in so einem Spiel, jetzt hättest du es doch vielleicht mal machen können. Du kannst Paciencia doch nicht auf die Außen schicken und dass er losrennt. Und dann hast du Haller. Du musst den schon in die Mitte packen, aber auf der anderen Seite, wir haben die beiden halt auch noch nie zusammen spielen sehen. Wir haben Paciencia überhaupt noch nie spielen sehen. Ja, aber warum auch? Weil die anderen drei so gut sind. Wir können doch nicht wegen diesem Leipzig-Spiel jetzt sagen, scheiß auf die Büffelherde, Paciencia soll rein. Also das finde ich krass übertrieben. Aber ich finde, sorry Marvin, du erst? Ja, also nein, das kann doch nicht sein. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, Optionen zu finden und dann mal zu sagen, okay, wir merken das bei Rebic. Vielleicht das Spiel, ja, wie soll ich sagen, also nicht ganz hundertprozentig. Er ist nicht ganz in der Form, mit der man sich das vorstellt. Ich fand ihn gegen Dortmund auch nicht so stark. Ja, da hat er immer wieder geile Szenen gehabt, aber er ist halt nicht so konstant aktuell. Deswegen kann man mal überlegen, ob man bei einem anderen Gegner vielleicht mal über eine Alternative nachdenkt. Dass man das Grundsätzliche aber nicht in Frage stellen sollte, ist ganz klar. Ich gehe eher davon aus und ich würde stark dafür plädieren, auch gerade an Leuten wie Rode festzuhalten, denn auch entgegen des Beitrags, den ich vor ein paar Tagen irgendwo online gelesen habe, ist es für mich nicht so, als wäre Rode immer nur der stumpfe Arbeiter gewesen. Ich habe den vielleicht durch meine verwaschenen Augen, aber damals zu Anfang bei der Eintracht schon auch als mehr gesehen, der schon auch gute Pässe und so weiter gespielt hat. Dass wir uns überhaupt jetzt erstmal darüber freuen können, dass Rode eine sehr, sehr gute Entwicklung in so kurzer Zeit bei der Eintracht genommen hätte, das hatte doch keiner erwartet. Also wer hat denn gedacht, dass der jetzt zurückkommt und alle Spiele der Rückrunde bislang macht? Das ist doch, guck mal, nachdem der anderthalb Jahre nicht gespielt hat, das ist doch eine herausragend, grandiose Entwicklung. Ja, und ich glaube, wenn wir ihm das Vertrauen weitergeben, kann er auch das spielerische Element noch mehr befeuern. Er hat dann noch mehr Selbstvertrauen, dann spielt er vielleicht den einen oder anderen gewagteren Pass. Und er muss sich aber auch erst einspielen. Ich würde nur ganz allein dafür plädieren, die Optionen, die auf der Bank sind, öfter mal zu nutzen. Weil warum ist ein Patienzer auf der Bank, wenn er nicht die Einsatzzeit bekommt? Und wenn ich in der 70. Minute merke, eine Rebic kann nicht mehr das Spiel entscheidend umlenken. Das kann natürlich immer sein, wenn er irgendwas abfälscht. Aber ich meine das jetzt von der Komponente her, von der spielerischen Komponente, wenn er nicht mehr so fit ist, nicht mehr jeden Ball verliert, mit jedem Zweikampf verliert. Er hat auch echt schlechte Zweikampfwerte aktuell. Dann würde ich mal sagen, Patienzier, wie man immer ihn auch aussprechen will, der kommt mal rein. Finde ich auch gar nicht so. Von dem System her mit dem langen Spieler. Basti, ich weiß, was du meinst. Zwei große Spieler. Natürlich ist ein Patienzier nicht dafür da, um auch über die Außen mit Vollgas zu gehen, wie ein Rebic das macht oder sonst was. Aber du kannst natürlich diesen ganzen Druck, ein Haller, dem haben sie ja zu dritt auf den Füßen gestanden, mit dem langen Ball. Und wir haben nur Langholz gespielt. Und da finde ich einfach nur, wäre es einfach mal sinnvoll gewesen, bring doch mal einen anderen, vielleicht auch mal einen großen Spieler mit vorne rein, der eventuell dann einfach einem Haller entweder mehr Räume bietet oder so viel Platz hat, auch mal, um den Ball auch zu verarbeiten. Und so hast du sofort Räume. So hat vielleicht auch ein Jovic dann mal ein bisschen Platz. Oder du bringst einen Patienzier mal für einen Jovic, der auch jetzt nicht das tollste Spiel gemacht hat. Und ein Rebic hat vielleicht mal auf der Außenbahn ein bisschen Platz. Aber so dieses, ich probiere mal was, wir sehen hier, es läuft aktuell nicht so wirklich gut. Das sehe ich momentan, das war einfach das, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen hat. Das ist der falsche Ausdruck vielleicht. Aber was ich einfach gerne gesehen hätte jetzt beim letzten Spiel, dass da ein bisschen, wie der Marvin gesagt hat, die Optionen der Bank auch mal genutzt werden. Und so schlecht kann er nicht sein. Das wäre nicht jetzt, wieder im Kader gewesen und hätte er auf der Bank gesessen. Also vielleicht sollte man einfach mal auf was probieren, weil das Risiko ist ja überschaubar. Du hast ja dadurch nicht, oh Gott. Das finde ich nicht. Ich finde, ich glaube, dieses Szenario, was Sie aufgezeichnet haben, das sehe ich auch. Aber das sehe ich, wenn du 1-0 zurückliegst. Ich glaube trotzdem, dass Hütter dann gesagt hat, er will die Statik, die dann trotzdem funktioniert hat, nicht ändern, weil diese drei da vorne auch zu diesem Anlaufprozess zählen. Und da ist Rebic, egal wie lustlos er an dem Tag gewirkt hat, trotzdem einer, der trotzdem noch geht dann. Der bleibt nicht stehen, wenn die in der Verteidigung sind. Du hast es immer wieder gesehen, die drei sind schon mittlerweile zumindest defensiv auf den anderen abgestimmt. Der eine, der hält sich in der Mitte auf, die anderen beiden machen ja auch den Verteidiger zu. Also ich glaube einfach, dass wenn du Patienz ja auf Rebic's Stelle stellst, veränderst du nicht nur vorne. Natürlich kann Patienz ja das, was Dennis gesagt hat, ist ja richtig. Aber du kannst dann, wenn in der Rückwärtsbewegung veränderst du trotzdem deine Stadion, weil Patienz ja keiner ist, der wahrscheinlich den Rechtsverteidiger von Red Bull dann anläuft und dem irgendwie stresst. Und das ist das, glaube ich, warum Hütter das nicht gemacht hat. Ich glaube schon. Also tut mir leid, also Rebic auch nicht. Also guck dir mal wirklich sein Zweikampfverhalten der letzten Zeit an. Da wird keinem, wirklich keinem Gegenspieler aktuell Angst und Bange. Also wenn er jetzt der Ball ist, vielleicht schon, aber nicht, wenn er mit dem Gegner spielen muss. Das, also momentan finde ich das nicht, sehe ich das nicht. Tut mir leid. Ja, ja, aber ich glaube trotzdem schon, dass es einfach nur, weil er Rebic ist, dass es trotzdem was anderes ist, wenn er, alleine weil er schneller ist. Also ich glaube schon, dass er schneller in der Lage ist, nach rechts, dieses ganze Konstrukt mit nach rechts zu verschieben und alleine nicht nur, weil er schneller ist und vielleicht ist er auch nicht in Form. Und die Sache ist, er weiß trotzdem diese Automatismen. Und das ist, glaube ich, was Paciencia dann in so einem Spiel, was so krass intensiv ist. Ich glaube nicht, dass der das leisten kann dann. Der muss nur einmal irgendwie falsch laufen, dann hast du die Ecke auf und dann steht da Costa alleine da. Und das ist, glaube ich, das, was Hütter dann einfach nicht wollte. Nichtsdestotrotz sehe ich es auch wie ihr. Es muss alleine auch, um den Gegnern es nicht zu leicht zu machen, zu sagen, wenn Gladbach sich jetzt die Videos anguckt, dann sagt er, guckt euch die drei an, wie Leipzig das gemacht hat. Und so stoppen wir die. Deswegen müsstest du machen. Das ist wie beim Football, wenn du einfach mal einen langen Pass wirfst, nur damit die sich nicht darauf einstellen, dass du eh nur kurz rennst oder hier nur kurz fährst. Wir sagen, okay, oh Scheiße, wir haben jetzt hier ein Mittel gefunden, aber wenn es nicht funktioniert, oh, dann wechseln die plötzlich Haller aus. Paciencia kommt rein, was machen wir jetzt? Dann ändert sich alles. Oder dann hast du ja auch gesehen, als Gacinovic kam zum Beispiel. Da ist sofort diese Situation entstanden. Haller hat sich wie immer fallen lassen, hat plötzlich aber mit Gacinovic gespielt, hat ihn geschickt und er stand allein vom Tor. Das sind diese Situationen, glaube ich, auf die die Eintrag gehofft hat. Die kamen zu selten. Nichtsdestotrotz müssen wir gucken und das bleibt sehr, sehr spannend. Und ich würde es gar nicht entscheiden wollen. Ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie wir gegen Gladbach nominell und taktisch spielen werden, das weiß ich nicht. Also das weiß ich gar nicht. Könnte ich mir jetzt nicht irgendwie ausmalen, zu sagen, okay, wir haben jetzt diesen Downer drin, wir lassen es dabei oder wir ändern was. Ich weiß es nicht. Ich bin da echt überfordert. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen Hütter verteidigen, weil ich das Gefühl habe, nicht jetzt, dass ihr das gemacht habt, sondern ich habe das Gefühl allgemein, ich habe auch heute schon bei YouTube, bei Fußball 2000 Kommentar gelesen, ja, Hütter ist ein One-Trick-Pony und hat keinen Plan B, blablabla. Dem wollte ich jetzt, mit dem, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen entgegenkommen. Ja, okay. Nein, also wenn das das Ziel einer Verteidigung ist, dann brauchst du das bei uns, glaube ich, erst mal gar nicht tun. Nee, meinte ich auch nicht. Das meine ich nicht. Aber ich habe es jetzt einfach nur an dem Beispiel aufgegangen, was wir jetzt hier hatten. Weil ich bin ziemlich sicher, also ich glaube, wir können mit dem aktuellen Saisonverlauf mehr als glücklich sein. Ich glaube auch, gerade wenn wir uns angucken, der hat sich am Anfang wahrscheinlich auch gedacht, was ich hier für einen Kader zusammen habe. Und dann hat er noch das Beste draus gemacht und hat noch einige auch erweitert, also in ihrem Leistungsspektrum auch erweitert. Und ich glaube, jetzt können wir alle relativ zufrieden sein. Aber es geht natürlich jetzt auch so ein bisschen darum, wieder neue Rezepte zu finden, weil es ist natürlich, selbst die schönste Kartoffelsuppe wird halt irgendwann langweilig, auch wenn es Kartoffelsuppe ist, weil es halt einfach Kartoffelsuppe ist. Und wenn ich dann irgendwann mal wieder ein Würstchen mit reinbekomme, dann ist es noch schmackhafter. Und genau das Würstchen suchen wir halt jetzt. Da spricht ja der große Gourmet. So, dann würde ich sagen, können wir diese Leipzig-Geschichte abhaken und schauen nach vorne. Und wir haben jetzt schon mehrmals das Thema Gladbach angesprochen. Aber bevor wir über Gladbach reden, müssen wir natürlich über das Euroleague-Spiel am Donnerstag in der Ukraine sprechen. Wir spielen um 21 Uhr demnach auswärts gegen Shakhtar Donetsk. Ich habe mir von denen exakt noch kein Spiel diese Saison angeguckt, also ich kann es zu der Mannschaft überhaupt nicht sagen. Schwache, ne? Entschuldigung, es ist... Als hätte einer von uns viele Donetsk-Spiele gesehen. Ah, ich glaube Marvin hat zumindest mal ein paar Minuten gesehen, da könnte ich mir zumindest... Ja, das schon, das schon, aber mehr an. Siehst du, wusste ich doch. Basti, du fährst vor Ort, hast du die gefährlichen Nachrichten gelesen, dass in der Ukraine drei Menschen von einem Wolf gebissen worden sind? Hast du Angst davor, da hinzufahren? Ne, deswegen fahre ich da hin. Ich will da vermittelnd eingreifen. Okay. Dass das nicht wieder vollkommen ist. Marvin und ich sind ja mittlerweile Tierbeauftragte. Sehr gut. Und, ne, Quatsch. Ich habe Bock, ich habe viele warme Klamotten mir gekauft, Thermounterwäsche, Mützen, Handschuhe, blabablub. Ja. Wie ist denn das Wetter gemeldet? Kalt, arschkalt. Nee, also man muss sagen, vor zwei, drei Wochen war es noch schlimmer. Also als ich mir die Klamotten bestellt habe, waren minus 14 Grad angekündigt. Jetzt geht es so um den Gefrierpunkt rum. Okay. Aber halt immer noch irgendwie so ein bisschen frösterlich. Was ich heute gelernt habe, das wird für unseren Gegner das erste Pflichtspiel in diesem Jahr sein, weil deren Winterpause geht von Anfang Dezember bis Ende Februar. Ja. Genau, so ist es. Und das kann natürlich theoretisch optimalerweise ein kleiner Vorteil sein. Was das Thema Spielpraxis angeht. Auf der anderen Seite, wenn du Pech hast, spielst du halt auch irgendwie auf frostigem Untergrund. Nein, nein, nein. Wir sind hier in der Ukraine, in der Ukraine. Wir haben letztens über Diktaturen gesprochen. So schlimm ist es nicht. Aber, also wirklich nicht. Aber auch da kann mit Geld viel gemacht werden. Und die Stadien, ich glaube, selbst ein Stadion und ein Scharkiv wird den Ansprüchen einigermaßen, ja, wie soll ich sagen, gerecht. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Scharkiv war auch bei der Europameisterschaft ein Stadion. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Gehe aber davon aus. Und wenn ich davon ausgehe, die konsequente Weiterführung davon ist, dass das Stadion dementsprechend auch state of the art ist. und das wird schon alles in Ordnung sein. Und der Rasen wird auch in Ordnung sein. Da habe ich gar keine Bedenken. Ich finde es eher, es ist ein Vorteil. Ich meine, selbst wenn die jetzt schon relativ weit in der Vorbereitung sind, sie sind noch nicht hundertprozentig da, wo sie sein wollen, zu Rückrunden beginnen. Und genau da können wir reinstechen. Ja. Jetzt will keiner was sagen großartig. Ja, das ist auch so. Ich glaube, für uns ist das alle, für die Eintrag wahrscheinlich auch so, die große Unbekannte. Also es gibt so viele Faktoren, die beeinflussen können, wie dieses Spiel laufen wird. Weil, ihr habt es gesagt, die sind noch nicht drin. Das kann Vor- und Nachteil sein. Also es kann auch sein, dass sie komplett topfit sind, weil die gerade irgendwie Trainingslager waren. Das ist nicht was. Es kann natürlich sein, dass sie noch nicht eingespielt sind. Wir wissen auch nicht, wie die diesen Abstieg, in Anführungszeichen, von der Champions League auch wirklich verkraftet haben. Also sind die sauer oder denken die, jetzt zeigen wir es erst recht. Das weiß man auch nicht. Vielleicht sehen die den Wettbewerb auch. Es gibt ja viele Mannschaften, die nehmen den Wettbewerb dann nicht ernst, weil die dann sagen, okay, nee, das ist nicht die Champions League, dann konzentrieren wir uns lieber auf unsere Nationalliga, damit wir wieder in die Champions League kommen. Keine Ahnung. Die sind, glaube ich, Tabellenerster. Also von da, haben die da auch Ambitionen zu sagen, eigentlich gehören wir in die Champions League. Vielleicht nehmen die das nicht ernst. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nicht, ja, wie die Eintracht auch mit dem Druck umgeht, zu sagen, okay, plötzlich steht ja viel auf dem Spiel jetzt. Also das war ja in den Gruppenspielen zu keinem Zeitpunkt so. Also die Eintracht hat ja in der Gruppenphase kein einziges Endspiel gehabt. Das waren alles Feiertage. Aber das waren alles Spiele, wo du, wenn du verloren hättest, wäre es nichts Schlimmes passiert. Kein einziges Spiel von denen. Jetzt, jetzt du oder deine Spiele, die Mannschaft, und das muss man bei Eintracht auch sagen, macht auch die Fresse auf, haben wir uns immer gewünscht, aber manchmal würde man es wünschen ein bisschen weniger, vielleicht auch, wenn mir Haller hier von Baku erzählt und Kostic erzählt und die wollen in die Champions League und bla bla. Ja Leute, alles schön und gut, aber da bin ich gespannt, ob die das bringen. Gerade wenn es da so kalt ist und unangenehm, das wird echt eine ganz, ganz harte Kiste, die wirklich, ich weiß nicht, in alle Richtungen ausschlagen kann. Ja, das ist, das ist schon so. Ich gehe fest davon aus, dass die Eintracht aber weiß, worauf sie sich einlässt. Ich glaube, die werden das überhaupt gar nicht zu leicht nehmen, die wissen ganz genau, das ist ein Champions League Gegner, die haben eine wohl, ja, temperierte Abwehr von unterkühlten Nordeuropäern, ja, beziehungsweise Osteuropäern und je nachdem, von wo man guckt, aber normalerweise sind es Osteuropäer und, aber sehr hitzige Brasilianer, also insgesamt stehen elf Brasilianer im Kader und die Qualität natürlich ist auf beiden Seiten relativ hoch. Ich glaube aber, dass die Eintracht auch weiß, dass, und da würde ich gar nicht so viel verschieben zu der Aufstellung der letzten Wochen, die weiß um ihre Stärke, es ist möglich und ich glaube, wenn wir die ärgern, dass wenn wir dort ein Tor schießen, dann lass es ein 1 zu 1 werden, dann haben wir schon viel erreicht und dann sieht es wunderbar aus. Ich glaube, die Eintracht ist immer für ein Tor gut, auswärts wie zu Hause und ich sehe es positiv und ich glaube, das ist auch echt ein krasser Hype für Spiele, wenn du dann merkst, da sind so viele Leute, die da mitgefahren sind. ich meine, also ich meine, du musst mir überlegen, Ukraine, ja, ich meine, also ich meine, da musst du schon, da musst du schon Bock haben, ja, und es gibt so viele Leute, der Basti ist drei Tage da, ich fliege mit dem Tagesflieger, Donnerstag morgens in der, zur absoluten Unzeit fliege, keine Ahnung, ich stehe morgens um drei an diesem Fuck-Flughafen und fahre dann dahin, bin total müde, eigentlich will ich auch im Flieger nur schlafen, aber ich weiß ja jetzt schon, wie es ist, da gibt es ein paar Partytiere, und dann gibt Kronbach noch Bier aus, dann musst du morgen so fünf Kronbacher saufen, wird auch nicht besser und dann gibt es dir die ganze Zeit irgendwelche Schreihälse, die die ganze Zeit Eintracht rufen, du willst einfach nur schlafen, aber irgendwie quälst du dich dann in die Ukraine und dann bist du da und dann bist du viel zu früh da, weil du willst ja, die Eintracht wollte ja nicht, dass der Flug um ganz teuer wird, deswegen haben sie so ungünstige Flugzeiten nachgenommen, das heißt, dann musst du irgendwie zehn Stunden über Brücken in der Halbmüdigkeit, keine Ahnung, vielleicht gehst du in den Zoo, guckst dir Tiere an, ja, irgendwas machst du nur, um diese Zeit zu überstehen. Wölfe soll da ganz groß sein, habe ich gehört. Ja, Wölfe, was weiß ich, wahrscheinlich gibt es irgendwie, ja, hoffentlich gibt es Eichhörnchen, für mich ist alles egal, sonst, und keine Ahnung, dann überstehst du irgendwie die Zeit, dann haben wir irgendwie ausgemacht, wir gehen in irgendeinen Platz, keine Ahnung, musst den Platz erstmal finden, sprichst die Sprache nicht, aber trotzdem bist du da, freust du dich, dass du dann ein paar bekannte Gesichter siehst, wenn ich Glück habe, sehe ich dann Basti irgendwann, dann gehen wir ins Stadion, haben eine gute Zeit, die Eintracht gewinnen und dann fahren wir auch irgendwann wieder nach Hause, aber das macht die Eintracht und das machen die Eintracht-Fans, das ist doch eine unfassbar geile Aktion, dass so viele total hirnbekloppte, geile Eintracht-Fans unterwegs sind und die Mannschaft in der ganzen Welt unterstützen. Schöne Zusammenfassung von dem Spieltag, Marvin, das hat mir gefallen, auf jeden Fall. Aber hast völlig recht, auf jeden Fall. Ein bisschen Mitleid hatte ich mit dem, als er sagte, dass er morgens um fünf kostenfreies Bier trinken muss. Ja, das war wirklich hart. Kurz Mitleid gehabt. Letztlich verkraften, in der Tat. Schön, ja. Hast völlig recht, ja, das kann schon im Endeffekt was bringen. Ich hatte gerade nochmal auch geschaut gehabt, das letzte, müsste das letzte Testspiel gewesen sein gegen Partisan Belgrad, 2-0 verloren. Donetsk, also im Endeffekt scheinen sie wirklich noch nicht so ins Rollen gekommen zu sein. Ja, vielleicht haben wir wirklich die Chance, dadurch, dass sie im Endeffekt noch so in dem Trainingsrhythmus vielleicht auch sind, dass wir wirklich da direkt auswärts was mitnehmen können. Das wäre natürlich genial. Ich glaube schon. Meine Hoffnung liegt auf dem Heimspiel. Okay, logisch. Ich verstehe, das heißt, wenn du sagst, deine Hoffnung liegt noch im Heimspiel, das heißt, was würdest du im Hinspiel tippen? Hallo? Habt ihr Marvin auch abgekackert? Ja, Marvin kam ein bisschen abgekackert. gut. Aber ich glaube, dass Marvin mich gebraucht hat, was ich tippen würde, gell? Jawohl. Jawohl. Okay. Also ich hoffe, dass wir 0-0 oder 1-1 spielen dort. Marvin? Hört man mich wieder? Ja. Das setzt so ein bisschen aus. Dann sage ich 1-1. 1-1. Dennis, mach du erst mal. Ich muss noch einen Moment überlegen. Habe ich jetzt 0-0 richtig getippt? Ich glaube, wir gewinnen vor Ort mit einem 2-1. Ja, ich bin mir noch so ein bisschen unentschlossen. Wenn ich mir so die Einstellung dann kommt das jetzt wahrscheinlich auch unfair, dieses letzte Spiel da irgendwie mit in die Überlegung mit einzubeziehen. Aber da würde ich jetzt, wenn ich das so mit reinnehme, würde ich auch eher von einem Unentschieden ausgehen. Aber eigentlich will ich kein Unentschieden tippen, weil ich glaube schon, dass wir gerade in solchen Situationen dann doch nochmal wieder so ein bisschen mehr Energie da auf den Platz kriegen. Deswegen sage ich, das wird irgendwie so ein 0-1. Also wir nehmen die drei Punkte mit, mit irgendeinem glücklichen, glücklich herausgespielten Tor, entweder ganz früh im Spiel oder ganz zum Schluss. Alle Ergebnisse top, muss man sagen. Also ist doch in Ordnung. Genau. Und dann kommt ja noch das Heimspiel, auf das Basti mehr setzen wird und das wird sowieso dann ein Fußballfest-Sondergleichen werden. Aber da werden wir nächste Woche dann nochmal intensiv drüber sprechen. Das Thema Aufstellung, sind wir uns einig, gleiche wie jetzt im letzten Spiel und ich würde so ein kleines Fragezeichen an Rode machen, der ja auch heute nur individuell trainiert hat, nachdem er da ja am Wochenende anscheinend irgendwie so ein bisschen Zwicken im Oberschenkel hatte? Dürfen denn alle spielen? Sind die alle spielberechtigt vom letzten Wochenende? Stimmt, Rode war ja sowieso die Frage. Ah, siehst du, da habe ich mir extra den Kader hier aufgenommen. Nee, Rode darf. Rode darf, ne? Rode wurde noch. Irgendeiner gesperrt. Hinteregger auch? Nee, gesperrt nicht. Hinteregger ist nachgemeldet worden. Da hatten wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Der steht auf jeden Fall auch im aktuellen Kader. Nee, dann müsste es passen. Dann müsste es passen, ja. Ein Dicker steht drin. Trapp sowieso. Warum sehe ich nichts? Der Hasebe? Doch, Hasebe da. Doch, ja. Also ich glaube, die Abwehr bleibt. Die Abwehr bleibt auf jeden Fall, ja, ja. Fernandes Rode wird bei mir auch bleiben. Das Einzige, was ich sehe, Rebic oder Gacinowicz, das Einzige, wo ich eine Entscheidung treffen müsste. Nee, ich denke, wir werden mit Rebic anfangen. Nee, werden wir nicht. Weil, das war nochmal ein guter Hinweis von Dennis, der war ja, ähm, als der Kader gemeldet wurde, war er, ja doch da, doch, doch, der steht drin. Ich dachte jetzt gerade eben schon, ich hätte ihn jetzt überlesen, hätte mich jetzt sehr gewundert. Ähm. Nee, also ich denke, wir werden mit derselben Aufstellung mit der gleichen Aufstellung. Wie gesagt, ich würde ein kleines Fragezeichen an das rote Thema machen, je nachdem, ob das jetzt wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme bei der Auswechslung war am Wochenende oder, äh, jetzt hat er heute schon wieder nicht mittrainiert, da kriege ich natürlich schon wieder einen zu viel als, äh, geplagter, geplagter Eintracht-Fan. Äh, da wird direkt nach dem Spiel behauptet, ach herrje, der hatte ein paar Krämpfe und dann wäre ich heute, er hat mich mittrainiert, weil er noch Krämpfe hat, da denke ich mir auch, okay, äh, das ist natürlich interessant. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Marvin noch da? Bleibt spannend. Ja, wir sind noch da. Marvin? Marvin? Ja, ich bin noch da, bin noch da. Ich, ist Rode wirklich gemeldet? Seid ihr sicher? Ja. Ja, ja, Rode ist nachgemeldet. Ich habe, äh, Hinteregger, Timothy Chandler und Sebastian Rode wurden nachnominiert, deshalb ist leider Touré nicht mit auf der Liste gelandet. Ach, super. Ach, ja, jetzt sehe ich's, okay, alles klar. Ja, ja, ich hatte extra noch mal, ähm, auf der UEFA-Seite geguckt, da sind ja die aktuellen Mannschaftskader mit den Nachnominierten schon aufgelistet, ich hatte nur gerade eben mehrmals die Stelle mit Rebic überscrollt, weil ich ihn im Sturm suchte, aber er ist ja natürlich nominell Mittelfeldspieler. Ja. Ja, also ich würde es halt mit genau der gleichen Aufstellung noch mal probieren, ich, äh, trau auch der Mannschaft zu, auch genau dieser Mannschaft sich auch weiterzuentwickeln, im Spielerischen. Ähm, ich würde auch jetzt keine Risiken eingehen, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft auch so, ähm, auch wenn andere das anders sehen, ich hab das Gefühl, dass sie ein bisschen ressourcensparender gespielt hat, ja, gegen Leipzig, ich glaube, das gehört zu diesem Wochenplan dazu, ähm, nicht komplett auf Offensive in Leipzig gegangen zu sein und dementsprechend ein bisschen mehr Energie zu haben für das Spiel in Schakiv, das glaube ich, und, äh, würde dementsprechend auf jeden Fall geil, wenn es so wäre, Marvin, mir würde mir gefallen. Ich, mich nervt es, ehrlich gesagt, wenn Leute, und ich kann das trotzdem nachvollziehen, aber mich nervt es, wenn Leute denken, dass, ähm, dass Adi Hütter ein Vollpfosten ist und irgendwie nicht planen kann und jetzt irgendwie One-Track-Pony, davon halte ich leider nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat schon in verschiedenen Ligen wirklich gezeigt, dass er es drauf hat und, ähm, nach einem Dreivierteljahr ist sein Latein in Frankfurt definitiv nicht im Ende. Ja. Passt. Dann lassen wir uns noch einen, äh, vielleicht Mini-Exkurs auf dieses Gladbach-Spiel, ähm, machen. Es ist, äh, weit weg, wenn wir jetzt am heutigen Montag aufnehmen, aber wir werden vorher keine Sendung mehr hinbekommen und es ist so ein bisschen, wie hast du es, Basti, vorhin so schön gesagt, es ist unschön, dass das zwischen diesen beiden Euroleague-Spielen, ähm, da liegt, weil, schwierig ist dem jetzt so viel Aufmerksamkeit, ähm, zu schenken, die es vielleicht aber auch irgendwie eigentlich bräuchte. Eine Sache noch, Leute, ähm, eventuell ist ja Abraham auch fit zum, jetzt am Donnerstag schon, trotzdem mit Hinteregger und, äh, Endika und Hasebe oder würde der Abraham wieder reinstellen, weil er ist ja schon, das ist natürlich, er hat natürlich auch eine Mega-Qualität und eine Präsenz auf dem Platz, die sehr schade wäre, wenn die verloren gehen würde, aber vielleicht dann spätestens im, im Gladbach-Spiel, wenn er fit ist. Ja, ich denke, dass wir in diesen drei Spielen, ich glaube nicht, dass wir alle drei Spiele mit der selben Aufstellung machen, von daher ist es gut, dass es verfügbar ist, aber wenn er jetzt noch nicht 100% fit ist und gerade bei Abraham, denn du hast ja gesagt, was weiß ich was, dann ist wieder irgendwas und ist er 18 Millionen Jahre wieder weg. Den würde ich jetzt erstmal ausruhen lassen, für Gladbach eine Option sein oder spätestens fürs Rückspiel, aber trotzdem, Hinteregger hat das ja super gemacht, also von daher. Also für mich wäre in der Tat Abraham auch eher die Option für... Ich glaube, diese Abwehr, die da jetzt steht, die wir stellen wollen, die wird auch genau dieselbe schwierige Aufgabe bekommen, wie Leipzig jetzt. Deswegen kann die genau das Gleiche nochmal abziehen von mir aus, nur mit der Hoffnung, dass die Offense ein bisschen mehr macht. Ja. Das wird so spannend, das wird so spannend zu sehen. Ja man, das ist übel. Was? Was meinst du? Ich hätte gesagt, das ist übel, ich habe auch irgendwie, das wird schon echt heftig langsam, also die Anspannung auch von uns. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich bin optimistisch. Die Eintracht ist okay, aus der Winterpause kommen, Punkte technisch richtig gut und bleiben positiv. Spätestens nach dem Kronbacher Freibier. Könnte einiges gehen, ja. Bin gespannt, bin gespannt, was ich für Bilder dann am Mittwochabend schon sehe, wenn das wie einen Tag vorher in der Ukraine eskaliert. Ich hoffe, da bleibt es trocken. Ja, ich habe nur so ein bisschen, ich habe nur so ein bisschen Angst, dass er nicht in irgendwelche, keine Ahnung, Russland-Ukraine-Konflikte geht. Ich löse den. Problemlöser, genau. Separatisten anschließt oder so, ja, keine Ahnung. Ich kläre für euch hier. Er hat sich dann so mit den Donnells-Fans irgendwie kurz geschlossen, dass er dann im Donnbass irgendwie agiert oder so, keine Ahnung. Dann sehen wir plötzlich, wenn es ganz eskaliert, dann in der Krim oder so und dann ist er plötzlich Oberbürgermeister der Krim und versucht, die Konflikte dort zu lösen. Naja, meine, wie soll ich sagen, die Gedanken. Marvins Vision. Ja, die Gedanken. Sendungstitel, vielen Dank, Dennis. Immer gerne. Ich habe auch einige Bilder am Kopf, die die Ukraine betreffen, die sind aber nicht jugendfrei. Liebe Grüße. Hast du genug Geld mitgenommen, ist die Frage. Ich brauche gar nicht so viel, das ist die große, das ist die, naja gut, lass mich. Interessant. Mit der, wie morgen. Das klären wir am Privat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, werden wir mal seriös hier, ja. Gut. Wollt ihr jetzt noch über Gladbach sprechen? Ich habe gerade nicht so das Gefühl, als wenn euch das noch großartig ist. Ach, wir gehen über Gladbach. Sollen wir über Gladbach reden? Es ist ein starker Gegner. Ja, jetzt haue ich die ganzen Phrasen raus. So mal, wenn du hast 30 Sekunden, ich will mindestens 200 Phrasen von dir hören. Ab jetzt. Oh Gott, das wird schwierig. Ja, also es ist ein extrem schwieriger Gegner, hat jetzt erstaunlich überraschend gegen die Hertha verloren, das hätte ich nicht gedacht. Hertha, ja immer noch einer meiner absoluten Lieblingsvereine, wie ihr alle wisst. Trotzdem ist Gladbach als extrem schwierig stark einzustufen, haben eine sehr massierte Offensive. Ich gehe davon aus, dass die uns die Hölle heiß machen und trotzdem sind wir auch da nicht chancenlos. Es kommt uns wahrscheinlich gerade zur Passe, dass Gladbach ein kleineres Tief hat und das sollten wir ausnutzen, mindestens mit einem Punkt auch aus diesem Spieltag gehen. Das ist meine Kurzprognose. Guten Tag. Schön. kurze Nachfrage, was meinst du mit massierte Offensive? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, das hat sich gut angehört. Großer. Sagen wir eigentlich in einem anderen Zusammenhang, aber ich fand massiert hört sich gut an. Aber das Bild, was dann in deinem Kopf entsteht, könnte ja eigentlich grundsätzlich bedeuten, massiert ist, es fließt ineinander über. Also wenn du gut massiert wirst, da fließt ja alles im Endeffekt. Es reibt sich gut in dieser Fläche und so weiter und so fort. Ich weiß, wir sind immer noch bei einem Fußball und keinem Pornopodcast. Aber trotzdem kann man das ja im Endeffekt so sagen, dass die schon wissen, wo sie zu stehen haben und dementsprechend alle nach vorne ausschwärmen und da müssen wir aufpassen. Gerade haben wir natürlich ganz wichtige Spiele, Lars Stindl zum Beispiel, der uns glaube ich, genauso wie Jonas Hofmann, schon gefährlich werden kann. Und ich habe keine Ahnung, wie wir Alassane Plea irgendwie decken wollen. Keine Ahnung. Ein absolut geiles Tier, richtig guter Spieler. Aber wir haben Allaire auf der anderen Seite. Die beiden können sich den Franzosenfeind liefern. Ich rechne mit einem ähnlichen Spiel wie in Dortmund. Das wird ein Kampf auf hohem Niveau. Ich hoffe, dass wir diesmal ja, dass wir auch einfach mal wieder jetzt die erste Mal wieder die Glückstasche richtig weit, weit öffnen und einfach gewinnen. Das wäre doch geil. Also das wäre wirklich, das würde sie so viel Luft verschaffen, auch für das Rückspiel gegen dann, als auch für die Aufgaben danach. Gerade in dieser Engliga, wenn wir irgendwie Gladbach weghauen. Egal wie. Egal, 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 egal wie. Vielleicht auch mit der einen oder anderen frischen Kraft, die dann in Donets nicht gespielt hat und dann fresh ist. Vielleicht ist das tatsächlich auch der von euch angesprochene Passenzier, der dann einfach mal gegen Gladbach spielt. Von Anfang an plötzlich Hacking steht da. What, what? Wacht gerade auf und dann gewinnen wir. Ansonsten kann ich auch. Wenn die Hertha das geschafft hat, sollten wir das auch schaffen. Ja, diese Hertha. Ich will nicht mehr über die Hertha sprechen. Da haben wir eben schon ein Wort zu viel geäußert. War auch einigermaßen glücklich. Aber die haben halt diesen Spieler, der uns vielleicht ein bisschen fehlt. Daran habe ich echt gedacht, als ich dieses Spiel gesehen habe. Duda ist genau so ein Spieler, der uns fehlt. Das ist Duda, Duda. Duda, Duda, Duda. Ein Mittelfeldspieler, der zehn Tore hat. So einer fehlt uns. Ja, das stimmt. Ja, das ist es. Aber, ja. Ja, ist okay. Lass uns bitte zum nächsten Punkt kommen. Ich habe nur Scheiße in meinem Kopf. Duda und Tuta in einer Mannschaft. Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Duda gegen Duda. Mein Gott. Oh, Hilfe. Ein Königreich für Philipp Hofmeister. Ich wollte gerade sagen, wenn der Hopemaster das hört, das geht doch bergab. Das kann doch gar nicht. Hei, 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 hei. Hilfe noch ein. Jetzt fällt schon alles runter. Ja, der war so schlecht. Da fällt beim Marvin schon die halbe Wand zusammen. Danke, Hofmeister. Eine kleine Anekdote zum Leipzig-Spiel war tatsächlich auch, wir fahren über die Autobahn kurz vor Leipzig, ein Baumarkt, wo ein Riesen-Banner Merkel muss weghin, fand ich einigermaßen amüsant. Sehr gut. Scheinbar haben wir dann recherchiert von dem Besitzer des Baumarktes dort angebracht. Okay. Ach was. Und war das so ein Massenbaumarkt wie Hornbach? Nee, das war der Name von dem Typ war derselbe Name von dem Baumarkt. Aber das ist ein sehr großes Gebäude, das kannst du auf jeden Fall sehr prominent von Autobahnen sehen. Also du weißt schon, wo du dort ankommst dann. Okay. Okay. Ja, großartig. Großartig. Ich würde sagen, die Tipps und die Ausstellung für Gladbach schenken wir uns da noch ein bisschen. Da ist noch zu viel Luft hin. Zwei Veränderungen im Vergleich zum Donetspiel. Ja. So vage können wir bleiben. Also so vage können wir bleiben. Elf Spieler, ein Trainer, fünf Auswechselspieler. Soweit würde ich mich noch festlegen, aber für alles andere sechs Auswechselspieler. Sechs Auswechselspieler. Siehst, da habe ich mich schon wieder falsch festgelegt. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass Mathematik heute nicht so meinen... Vielleicht auch sieben Auswechselspieler. Vielleicht auch sieben. Meinst du? Ich glaube ein 18er Karl, oder? Da liege ich mich nicht durch. Keine Ahnung. Es could be. Wir legen uns da jetzt nicht weiter weg. Ich wollte gerade sagen, das muss die Eintracht dann selber aus. Ja, ja. Selber bestimmen. Sollen die unter sich ausmachen, wer da wie viel und so weiter, ne? Jo, jo, jo. Dann biegen wir jetzt mal auf den Weg mit den anderen Themen ein. Wir haben mal wieder eine Hörerfrage. Wir alle betrunken sind. Ja, auf dem Wissen. Man könnte meinen, wie krass und krass. Ja, ja, ja. Da habe ich mich vor der Sendung extra gegen den Whisky entschieden. Ne, das ist dieser elende Montag. Ja, das könnte natürlich auch sein. Montag eigentlich, wie wir ja schon oft festgestellt haben, ein schlechter Tag für die Aufnahmen. Liegt also gar nicht an Enzo selber. Doch, bei Enzo liegt es definitiv an Enzo. Okay. Wir haben seit langem mal wieder eine Hörerfrage bekommen, und zwar von dem Martin oder auch bekannt als Ernie Tabby. Ich lese jetzt nicht ganz vor, aber es geht so im Großen und Ganzen um den Pokalfilm, den ihr ja, glaube ich, auch alle schon gesehen habt. Und er findet es schade, dass in 90 Minuten leider kein Fan so richtig zu Wort gekommen ist. Und er würde gerne mal unsere Meinung dazu hören. Oder eure Meinung? Ich habe den Film noch nicht gesehen, weil das Kino hier bei uns leider sehr blöde Sendezeiten für diesen Film hatte. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also insofern... Ich dachte, er war die Woche im Kino. Ne, ich hatte... tatsächlich gesehen gehabt. Basti, du auch, ne? Jo, fang du gerne an. Die Frage ist jetzt, die Frage bezieht sich, warum kein Fan? Was unsere Meinung dazu ist, wie wir das finden. Genau. Ja, es ist immer die Frage, wen fragst du da? Du hättest natürlich prominent irgendwie in der Kurve dann nochmal im Endeffekt unsere berühmten Leute der Nordwestkurve befragen können, die im Endeffekt ja auch groß im Bild teilweise immer mal zu sehen waren. Ich frage mich immer, wie willst du einen einzelnen Fan, die Emotionen... Natürlich hättest du das groß machen können, hättest dann im Endeffekt ein Best-of noch der Leute nehmen können. Aber im Großen und Ganzen hat es dem Film meiner Meinung nach keinen Abbruch gegeben. Das war jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, das hat mir jetzt total gefehlt, sondern für Leute, die im Endeffekt insbesondere auch dieses ganze Erlebnis mitgetragen haben an den Tag, fand ich es nochmal sehr emotional. Ansonsten aber, ja, ein solider Film, der auf jeden Fall ist. Es ist ein Must-See für jeden, der auf jeden Fall auch an dem Tag in Berlin war. Da waren auch noch ein paar schöne Szenen vom Fan-Marsch etc., wo wirklich genau, ah, okay, hier war ordentlich was los. Die Leute teilweise auch erkannt, die im Endeffekt in den Videoaufnahmen da noch gezeigt wurden. Aber ansonsten, mir hat es nicht gefehlt, dass jetzt kein Fan speziell nochmal gefragt wird. Und es ist immer die Frage, wen befragst du dann auch in so einer Situation? Man muss ja immer sagen, unser Freund Marvin, kennst du ihn ja auch noch, Herr Stubner wurde ja auch zwei-, dreimal gefragt. Da musste ich ein bisschen grinsen, weil es einfach auch teilweise ist. Du hast gemerkt, natürlich, wen befragst du jetzt auch mal aus dem Team, dann in Physio. Im Endeffekt sind so Sachen, ja, brauche ich das, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich brauche es eigentlich nicht. Ja, also ich kann die Kritik verstehen so ein bisschen. Also das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, diese Sicht, diese Magie, die auf dem Platz war, die bei den Fans waren. Also da hätte man vielleicht auch irgendwelche Fangruppen begleiten können. Ich weiß nicht, ob das gut war, wahrscheinlich nicht geplant. Aber zumindest, was mir gefehlt hat, sind diese Videos, die sich jeder von uns bestimmt schon 80 Millionen mal angeschaut hat, wo Leute live drauf sind, als Gacinovic aufs Tor läuft. Da gibt es ja die geilsten Videos auch mit Reaktionen, wo einer noch schreit und was weiß ich was. Das stimmt, ja. Also dieses Tor hätte man meiner Meinung nach mehr zelebrieren können in dem Film. Also es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich nur ein einziges Mal richtig geheult habe in dem Film. Das war, wie gesagt, diese Gacinovic-Nummer. Das wurde mir ein bisschen, ja, das wurde dann teilweise auch unterbrochen. Das hat mich ein bisschen gestört. Also das Gacinovic läuft los, dann redet wieder jemand und dann läuft er es weiter. Also so ein bisschen gehackt. Ansonsten hat Dennis schon alles gesagt. Der Film ist natürlich geil für jeden Eintracht-Fan. Das war ein toller Film. Was mir so ein bisschen, das ist wahrscheinlich jetzt aber auch nur so ein Ding von mir, wenn ich es aber hier ansprechen muss, dann, dieser Sprecher, ich weiß nicht, das ist die Stimme von Bruce Willis und die Perspektive, die er wählt, ist wirklich eigentlich eher für den Außenstehenden. Also er erklärt mich. Frankfurt, eine Stadt, die eng mit den Fans verbunden ist. Also, sorry, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber manchmal wirkte dieser Film wie so eine N24-Reportage. XXL, ein Lastenträger, zieht um. Es hat so ein bisschen, diese Stimme hat viel für mich kaputt gemacht, muss ich sagen. der war dann in diesem Hauptteil Gott sei Dank auch nicht da, aber dieses, hallo, die Eintracht reist zum Übermächtigen und spielt gegen den Übermächtigen FC Bayern, der sehr viele Pokale in seiner Vitrine hat. Also das ist, wie gesagt, das wirkt teilweise so, als wenn man das einem Amerikaner erklärt, was da quasi die Story ist. Ist ja auch wahrscheinlich auch gewollt gewesen, dass das nicht nur für Hardcore-Fans ist, sondern dass sich das auch außenstehend angucken können. Aber der Film hätte auch gar nicht viel falsch machen können, Leute, das Ereignis redet ja für sich selber, jeder hat da seine eigenen Erinnerungen damit, aber ich habe mich danach mit Stefan Reich unterhalten und wir haben es beide schlimmer erwartet, was die Heulerei betrifft und das war nicht, aber ich habe mehr gelacht, als ich vorher gedacht hätte, weil alleine für den Prinz lohnt sich dieser ganze Film schon, wenn er sagt, dass er nach dem Spiel irgendwie zwei Bier getrunken hat und dann einfach aufpassen muss, weil er sonst in der Matrix ist, weil auf leeren Magen zu trinken, das ist einfach der Typ, das ist ein geiler Typ. gab es einige Lacher, aber ansonsten, ja, es ist, wie gesagt, das ist kein absolutes, unfassbares Brett, der Film, aber er ist trotzdem geil. Solide und was auch ganz cool war, fand ich, die Szenen, die mit eingespielt wurden, mal aus diesem Motivationsfilm, denen ja die Spieler gezeigt werden, wie simpel es dann doch runtergebrochen wird, um die Spiele einfach richtig heiß zu machen, also fand ich einfach mal interessant, so einen Einblick auch noch mal in die Vorbesprechungen zum Spiel, wie eigentlich schmucklos dann doch auch so ein Tag abläuft in diesem, ich nenne es jetzt mal typischen Businessraum, schönes Flipchart vorne, dann sitzt der Video, ja, wie nennt man es denn, Videoanalyst daneben, lässt man eine Szene einspielen, dann wird im Endeffekt mit so einem, ja, halb Englisch, halb Deutsch Mix da rumhantiert, also es ist schon für mich was, was du hast völlig recht, Basti, die Emotionen haben teilweise darunter gelitten, dass sehr versucht wurde, auch, ja, einen dritten, einem unemotionalen Dritten einfach beizubringen, was ist denn da überhaupt passiert an dem Tag, andererseits war es aber auch mal total schön, auch so zu sehen, wie läuft überhaupt so ein Tag ab und es hat mir schon gut gefallen, also ich muss wirklich auch sagen, war schon ordentlich. Es ist auch gut gefallen. Ich bin froh, dass du das nochmal gesagt hast sonst hätte ich fast gefragt, ob ihr aus eurem Beschwerdepalast endlich mal rauskommt. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, ich habe den Film ja noch nicht gesehen und so, aber wir denken mir dann halt, naja, guck dir mal an, wie viele Städten dieser Film überhaupt läuft, das ist immer noch fucking Eintracht Frankfurt und der wird in Berlin gezeigt, der wird in München sogar gezeigt und wir meckern nur drüber. Genau, nein, nein, das habt ihr ja gar nicht getan, also ich glaube, ihr habt beide unterstrichen, dass es ein sehenswerter Film ist, dass ihr jetzt nicht die ganze Zeit rumgeheult habt, ist jetzt auch okay, ich glaube, es könnte schlimmer laufen, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine super, das darf man auch nicht vergessen, so eine super Produktion, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe, sondern nur die Zusammenfassung beziehungsweise den Trailer, da sehe ich allein, welches Produktionsniveau dahinter steckt und da muss ich sagen, das ist schon allererster Güte und wenn wir dann mal gucken, ey, der Eintracht ist ja letztes Jahr Pokalsieger geworden und haut das halt natürlich optimalerweise raus und so ein Ding kann halt auch nochmal neue Fankreise ansprechen, Junge, keine Ahnung, wenn du vielleicht immer sagst, oh nee, das ist mir zu gefährlich, mit dir ins Stadion zu gehen, oh ja, Papa, geh mal ins Kino, alles okay und dann gehst du ins Kino und siehst dann so einen Film, da bist du natürlich auch trotzdem emotionalisiert, also auch da macht die Eintracht in diesem Marketingbereich halt alles richtig, das alleine finde ich ziemlich grandios und den Film werde ich mir, sofern er denn auf Blu-ray oder so herauskommt, natürlich genüsslich kaufen. Aber noch ein kleines Highlight von dem Film war, dass man das Gefühl hat, Ante Rebitt kriegt nur die Hälfte mit. Ja, das stimmt. Er ist schon sehr, sehr aufgeräumt, muss ich sagen. Das fand ich sehr, sehr lustig zu beobachten. Ja, das stimmt. Wie er sich artikuliert und wie er die Dinge sieht und ja, wie so ein Iceman, wie er auch manchmal auf dem Platz ist. Erklärt vielleicht auch, warum er nicht jubelt, weil er vielleicht erst gar nicht mitkriegt, dass er getroffen hat. Das ist da auch fein. Aber alles in allem ein geiler Film. Ja. Gott. Wer ihn noch nicht gesehen hat, guckt mal in den Kinos in eurer Gegend, ob er da läuft, zu welchen Zeiten er da läuft. Vielleicht habt ihr mehr Glück als ich und ansonsten, ich bin mir ziemlich sicher, der wird auf den verschiedensten Medien im Nachhinein käuflich zu erwerben sein. Alles andere wäre grob fahrlässig. Ja, und dann kommen wir, wenn wir schon bei grob fahrlässig sind, hierzu. Auch da haben wir diese Woche weder den einen oder anderen, der sich wieder grob fahrlässig da ins Rampenlicht gedrängt hat. Aber wir müssen natürlich erst mal auflösen, schafft es Ralf, dass Ralf Ralle Rangnick seinen Titel zur Vorwoche verteidigt oder nicht. Wir hatten letzte Woche folgende Nominierte. Wir hatten einmal den Herrn Grindl mit seiner wunderbar bestechenden Logik von Alka K. Laffi in dieses UEFA-Exekutivkomitee. Wir erinnern uns vielleicht noch. Dann hatten wir Gianfranco Caspar, den Vorsitzenden des Skiverbands, der lieber in Diktaturen sportlich was austragen will. Dann hatten wir die FR mit ihrem wunderbaren Ohne-Schlüpper-Artikel. Dann hatten wir unseren lang geschätzten Freund Alfred Draxler, der eine Gefahr in den englischen Talenten für die Bundesliga sieht. Dann hatten wir von Marvin noch hier reingebracht, die Nominierung der Polizei Frankfurt für die Durchsuchung aufgrund von Vermummungsmitteln. Und dann hatten wir ihn ganz zum Schluss nominiert. Ralf Ralle Rangnick, der sich wunderte, warum im Heimspiel an einem Mittwoch gegen Wolfsburg so wenig Karten verkauft wurden. So. Was habt ihr denn? Wer ist Erster geworden? Der hat schon ja vergessen. Heißer Ritt zwischen Grindl und Ralle. Ich glaube, Ralle macht sie gern. Ralle kommt schon zweimal ineinander. Nee. Der eine liegt auf Platz zwei, der andere auf Platz drei. Grindl auf Platz zwei, Rangnick auf Platz drei und tatsächlich mit 60 Prozent die Polizei Frankfurt. Wow, okay. Darauf ein selbstgemachtes GIF. sehr gut. Wir können sie einfach freundlich fragen. Also 60 Prozent ist schon Erdrutsch. Das ist schon für diese Kategorie wirklich Erdrutsch, ja. Das ist Erdrutsch. Die anderen hatten sich das umständlich erklärt. Ja, anscheinend war deine umständliche Erklärung doch sehr zielführend. So, dann schauen wir mal, wen wir diese Woche auf dieser Liste haben. Wir haben vier Hörernominierungen bekommen. und die erste, da konnte man quasi nicht dran vorbei, wurde uns geschickt von Floben und von Joe2go. Bitte nicht böse sein, wenn ich hier irgendwelche Namen vergessen habe, es waren teilweise so viele, dass ich es nicht geschafft habe, sie heute alle hier in die Liste reinzukriegen. Und wie sollte es anders da sein? Unser ebenfalls geschätzter Freund Pratzo wird nominiert, der in Didi Hamann eine Gefahr für Sky sieht, nachdem Didi Hamann in Lewandowski eine Gefahr für den FC Bayern sieht. Wie sollte es auch anders da kommen? Das ist das einzige richtige Wort, was einem dazu einfällt. Ja. Ja, also Pratzo halt. Pratzo ist doing Pratzo things. Ich verstehe nicht, dass sie den nicht stoppen. Also nachdem diese Pressekonferenz derart baden gegangen ist, sag ich mal, das ist das gleiche wieder. Also wie mit Kampagne und was weiß ich was und bla. Also derart unsouverän. Man hätte den Hamann ja auch einfach mit Fakten widerlegen können zu sagen, Lewandowski ist nicht so schlecht, was willst du? Also Lewandowski ist ja auch nicht schlecht, Alter. Ähnliche Diskussionen wie bei Rebic. Ja, der lacht nicht nach dem Tor schießen. Ja, Leute, was ist denn? Lewandowski ist eine Maschine. Fertig. So, das kann doch Braco sagen, dass er dann da sich wieder so einen Aluhut aufsetzt und sagt, da wird eine Kampagne gefahren. Leute, 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 der FC Bayern ist alles andere als souverän. Ich frage mich, warum? Ich weiß nicht ganz genau, was der Plan ist. Und ich glaube mittlerweile immer mehr, ich habe am Anfang habe ich ihn dafür belächelt, aber Axel von 390 hat immer vermutet, dass Braco der stille Plan von Rummelke ist, um Hünnes abzusägen. Um ihn komplett mit seiner Wahl, ist ja eine Hünnes-Wahl, machen wir uns nichts vor, Kovac und Braco beides vom Hünnes, dass er ihn komplett öffentlich gegen die Wand fahren lassen will mit diesem Typen, glaube ich. Anders kann ich es mir mittlerweile nicht mehr erklären, weil Braco ist so eine lächerliche Figur. Das sieht mittlerweile, glaube ich, auch jeder. Und da kann der FC Bayern noch so aggressiv gegen vorgehen. Die machen das mit diesem Verhalten ja nur noch schlimmer. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht mehr. Woche für Woche nicht. Ja, also es ist definitiv ziemlich unsouverän. Ich muss ja sagen, mir ist es ja eigentlich in der Regel alles ziemlich egal, aber ich freue mich fast für Kovac, dass er zurück mit seiner Mannschaft zu einer relativen Souveränität gefunden hat. Mal schauen, wie es die nächsten Wochen so ist. Aber was da außerhalb oder an diesem Verein nicht in Mannschaftskern so passiert, naja, das ist schon schwierig. Aber wahrscheinlich oder gut möglich, dass diese Theorie, die Axel da so geäußert hat, wirklich stimmen kann. Es wäre mit einer der schlüssigsten Theorien, weil alles andere ist schon irgendwie, wie Basti schon sagte, irgendwie sehr merkwürdig, dass sie da nicht irgendwie einschreiten. Aber Nominierung definitiv zu Recht. Da hat er sich mal wieder gekonnt, nach vorne geschlichen, der Herr Bratzow. Dann haben wir die zweite Hörernominierung, die kommt von unserem Hörer oder Hörerin, Figur des Alltags und der oder derjenige möchte Tom Bartels nominieren und zwar für seine völlig aus dem Nichts hervorgezauberte Lobeshymne darauf, wie hart doch Handballer im Gegensatz zu Fußballern sind. Da ist es wieder. Ja, ich will darüber nicht reden. Ich auch nicht. Wo sind denn die ganzen, geht die Bundesliga da schon wieder los eigentlich? Was hat jetzt Lemko endlich mal gespielt? Da fragst du hier definitiv die falsche Großwaldstadt. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ach, guck an. Danke. So, nächstes Thema. Nächstes Thema. Das hat der Basti vorhin auch schon mehrmals angesprochen. Wir haben eine Hörernominierung von Gerald und der nominiert die RB Leipzig Fans für ihren Aufstand. Wir lassen uns nicht zu Konsumenten machen. Geil. Das war so super da. Also ganz toll. Die haben gesungen, wir sind die Fans, die ihr nicht wählt. Da musste ich sehr schmunzeln. Grüße nach Leipzig. Hoffe, die können die Querellen in den Griff bekommen. Risse in der Fanszene. Wenn wir uns das jetzt noch vorgetragen mit der Synchronstimme von Bruce Willis vorstellen, dann wird da der nächste N24-Hit draus. Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt. So, und die letzte Hörernominierung kommt von Mar Pilgrim und zwar eine gewisse Julian N., der, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund auf der Spieltagskonferenz seine geheime Einkaufsliste mit Zucchini, Aubergini und sonst irgendwas aufzählte. In dem Tonstipsel war die Frage nicht mit drin, aber ich fand es auch so schon skurril. Ich habe es recherchiert, weil eigentlich hätte ich ihn auch nominiert. Vielen Dank von Herrn Pilgrim. Treuer Hörer, cooler Typ. Das hätte ich ihn auch nominiert. Die Frage war, glaube ich, wer auf der Einkaufsliste im Winter oder im Sommer steht von Hoffenheim. Also Spiele offensichtlich. War jetzt auch gar nicht so lustig formuliert. Trotzdem meinte er dann, ihr singt Schinken Leona Puten Leona sorry. ja. Ja. Mit diesem lausbubhaften Grinsen dabei. Ach, das sind diese mittel-talentierten Entertainer in der Bundesliga, die irgendwie auch Trainer sein wollen. Ach, es ist, es ist halt alles. Hast du es gesehen? Das war nicht mal mittel-talentiert. Ja, ich habe auch, es ist, es, ja, es ist schwierig und ich will, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist schlimm, aber das ist ja das Problem, dass du mittlerweile nur noch solche Clowns da hast rumfliegen. Ja, und keine Ahnung, dann ist dann halt so einer, der sich immer schön die Augenbrauen zupft hat, genau der Typ, der die ganze Zeit durch alle Sachen gezerrt wird. Ich finde es auch nicht lustig. Also ich meine, wenn mir das irgendjemand gibt, diesen Schnipsel, dann sage ich, haha, du bist an Social Media. Nein, das ist unlustig, ich gehe weiter. Unglaublich. Nee, ernsthaft, und das ist ja das Schlimme da dran, dass der ja selber grinsen muss, während er das vorträgt mit einem spitzbibischen Lächeln, wo ich mir denke, Digga, das ist nicht lustig und Teile in mir wollen dem einfach nur aufhegegeben. Die können sich mit den Teilen in mir zusammentun, die dasselbe tun wollen. Also dementsprechend berechtigte Nominierung. Ich würde auch noch mal ganz gern, aber es ist eigentlich nicht so dumm, Schwärz, aber es passt ja trotzdem ganz gut in unsere Kategorien. Deswegen, ich würde ganz gern diese Ein- und Führungspersönlichkeit von TB Berlin nominieren. Und worum es geht, das erfahrt ihr dann übrigens bei 93 auch diese Woche, nämlich das ist ein Special, da geht es nämlich ganz ausführlich um TB Berlin, ne? Ja, also das, ja, wir können euch noch mal ein bisschen spoilern. Ein bisschen müsst ihr jetzt anteasern, sonst kommt ja, ich glaube, also ich will, ich habe mich noch nicht intensiv vorbereitet, wie es bei 93 so der Fall ist, aber ich glaube, dass der Präsident und da war eine Mitgliederversammlung, da ging es eigentlich, eigentlich ging es gar nicht darum, glaube ich, einen neuen Aufsichtsrat zu wählen, aber das wurde irgendwie so hingedeichselt und das Ding war, ich glaube, irgendwie ist Bauunternehmer selber oder hat einen befreundeten Bauunternehmer, das weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall hat er dafür gesorgt, dass viele Bulgaren, die offensichtlich Mitarbeiter dieses Unternehmens sind, plötzlich in großer Menge auf dieser Mitgliederversammlung auftauchten, keinerlei Deutschkenntnisse, keinerlei Kenntnisse, worum es da überhaupt ging, wurden offenkundig für einen gewissen Zeitraum bezahlt, dort abzustimmen. Dafür, dass der Aufsichtsrat neu gewählt wird und dann natürlich auch für die Leute, die dem Vorstand wohlgesund sind, so wie ich das verstanden habe. Was zu lustigen Szenen geführt hat, als der eine oder andere Bauarbeiter sauer war, weil sich diese Mitgliederversammlung länger gezogen hat, als scheinbar finanziell vereinbart war. Also so von wegen, was mache ich hier noch überhaupt, äh, bla bla, ich wurde nur für zwei Stunden bezahlt, so naht. Das klingt alles lustig, das ist aber ein dramatischer Vorgang, wenn du selber betroffen bist, glaube ich. Stellt euch vor, irgendwie bei der Eintracht ist ein Präsident und wir sind dem irgendwie nicht wohlgesonnen und plötzlich kauft er sich auf diesem Wege Stimmen und die Satzung ist dementsprechend nicht abgesichert, dass man quasi, so wenn man sich gestern anmeldet, morgen abstimmen darf und du dann dafür sorgst, dass sich Mehrheitsverhältnisse und irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, die dann wirklich dazu führen, dass dieser Vorstand dann einen Aufsichtsrat hat, der zu seinen Gunsten immer alles überwacht. Das ist schon einigermaßen dramatisch und ich kann mir diese Hilflosigkeit nicht vorstellen, will ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn du wirklich ein aktiver Fan bist, auf dieser Mitgliederversammlung sitzt und das plötzlich solche Ausmaße annimmt und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, Marvin hat es gesagt, morgen kommt Folge 101 von 390, wird morgen Nacht produziert mit einer oder anderen Überraschung, unter anderem auch zwei Gästen, die dort vor Ort waren und uns berichten werden, was da genau vorgegangen ist und das sehr viel detaillierter erzählen können, als ich jetzt mit meinem Halbwissen. Gut, dann verweisen wir natürlich auf die bestens recherchierte Folge 101 des wunderbaren Journalisten-Podcasts 390 und nehmen hier mal eine Führungspersönlichkeit von TB Berlin mit in die Dummschweizerliste auf. Was habt ihr noch? Nix, ich glaube, das war's. Nix, nix, nix. Nix, dann liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr, was zu tun ist, ihr geht auf eintracht-podcast.de, klickt dort auf die aktuelle Folge, auf die 339 und stimmt ab und dann werden wir in der nächsten Woche schauen, wer das Rennen gemacht hat, ob es wieder einen Erdrutschsieg gibt oder ob vielleicht auch der Außenseiter gewinnen kann. Liebe Leute, in rund 100 Jahren, wenn wir jetzt nicht aufpassen, könnten Kerbtiere aussterben. Ich will es nur mal sagen, ist ein extrem relevantes Thema, ja, keine Ahnung, keine Angst, Kerbtiere sind nicht die Leute, die immer besoffen auf irgendwelchen Kerben rumlaufen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Direkt an Dennis gedacht. Ja, ich auch. Also, lasst uns auch friedlicher mit Insekten umgehen. Habe ich gerade gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Das nur nebenbei, ich wollte aber die wunderbare Überleitung von René Galtseptein. Schön, schön, ja. Großartig, großartig. Da fällt einem irgendwie nicht mehr wirklich viel dazu ein. Außer vielleicht. Wow. Hast du die Rechte dazu? Ja. Habe ich. Habe ich gerade eben beschlossen. Na gut. Mein Medienanwalt hat gesagt, ja, habe ich. Sehr gut. So, dann lasst uns doch wieder zu was Sinnhaftem kommen und zwar zur guten Tat der Woche. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser geht. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und die gute Tat der Woche, wie sollte es auch anders da sein, die uns wirklich von extrem vielen Hörern und Hörerinnen vorgeschlagen wurde, ist der von der Eintracht und Köhler Transfer GmbH zur Verfügung gestellte Mobilitätsservice für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Eintracht-Fans in Zukunft kostenlos zu Hause abholen, zum Stadion fahren und am Ende auch wieder nach Hause bringen. Und das ist großartig. Wirklich super Sache, ja. Richtig, richtig großartig. Alle Infos findet ihr unter eintracht.de oder bei uns. Ich verlinke euch die entsprechende Seite. Da stehen die Kontaktdaten dran, was ihr tun müsst, um da ranzukommen. Das ist echt nochmal eine super Möglichkeit für Fans, die es sonst nicht so einfach haben, ins Stadion zu kommen, da in diesen Genuss zu kommen. Eine super Sache. Eintracht ist für alle da. So ist es. Willst du noch was sagen oder soll ich auch noch was sagen? Du kannst auch noch gerne was zu sagen. Ja, und zwar haben wir eine weitere, ja, Dominierung, können wir fast falsch gesagt, aber was ich auch richtig gut finde, gute Tat der Woche, Kevin Prinz Boateng entschädigt Fan eines Online-Spiels. Ah, stimmt, ja. Wie geil ist das denn? Ein Fan hat sich beschwert, weil Prinz Kevin, Kevin, Prinz, Prinz Kevin, ja genau. Prinz Kevin. Also, wo unser Prinz ja dann im Winter von Italien weggewechselt ist nach Barcelona und hat sich beschwert, weil er hätte ihn vorher erst eingekauft, um mit ihm zu spielen. Und da hat er sich öffentlich dazu geäußert und dann hat der Prinz einfach was getan. Und zwar, der Fan hat eine Entschädigung gefordert und Prinz hat es ihm bezahlt. Und in einem ungenannten Geldbetrag, an ihn gespendet und der Empfänger war so zufrieden, war so glücklich, dass der Prinz es gemacht hat, dass er das jetzt selbst spendet. Aber muss man sagen, geiler Typ, Kevin Prinz Boateng, hört auch auf User-Kommentare. Das fand ich auch schon einigermaßen hervorragend. Ich würde gerne wissen, wie hoch der Geldbetrag war. Gute Frage. Aber ich nehme allein sowas. Ich habe es verstanden, war das in so einer Art Kicker-Manager-Spiel, gell? Ja, irgendwie in seiner Fantasy-League oder irgendwas habe ich immer verstanden. Ja, ja. Weil, wie es dann, ja gut. Aber, ja, geiler Typ machen wir. Es ist halt einfach so. Haben wir ja hier erfahren, haben wir ja auch vorhin auch nochmal gesagt, wie der in den Film rüberkam. Ist ein geiler, geiler, geiler Typ. Und ich bin so froh einfach, dass er auch mit Deutschland seinen Frieden gemacht hat, im Sinne von, dass wir solche Storys nur noch von ihm hören und nicht das, was man früher vielleicht über ihn gelesen hat. Zeiten haben sich dahingehend wirklich geendet, auch zum Positiven. Zeiten ändern sich. Ja, ja, genau. Aber da ist es echt so, da kann er heute mal irgendein Rap-Video releasen und jeder findet es entweder los. Geil, das ist auch so. Das ist fast schon, das ist echt sehr, sehr speziell. Aber irgendwie hat es was. Ja, ist schon geil. Prinz Minz. Sehr Prinz. Großartig. Da Prinz. Da Prinz. Einzig wahre Prinz. Grüße nach Köln. Ja, ganz poly kann einpacken. So, dann biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein und das Einzige, was uns jetzt noch von dem Ende dieses Podcasts entfernt, ist unsere Empfehlungssektion. Habt ihr Dinge, die ihr empfehlen möchtet? Außer der neuen Folge 93, die morgen Nacht oder wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute Nacht dann aufgenommen wird? Gute Frage. Keine Empfehlung. Es ist ein Wunsch, dass im Endeffekt die Leute für diese schöne Kategorie einen schönen Jingle uns bereitstellen. Woran du ja letzte Woche schon mal aufgerufen hattest, René, weil es ist so schade, dass es im Endeffekt nicht so schön eingeleitet wird durch einen schönen Jingle. Ja. Würde ich mich sehr freuen. Deswegen habe ich auch nichts. Genau. Streik. Vielleicht haben die Leute immer schon abgeschaltet. Nein, was ich empfehlen kann, ist auch ein Podcast, das ist vom Stern, glaube ich, Faking Hitler. Da gibt es ein paar Folgen, die kommen jetzt immer donnerstags raus. Es gibt, glaube ich, momentan fünf, wo einfach die Story um die Hitler-Tagebücher damals, diese gefälschten im Stern in den 80er-Mars, glaube ich, wo das mit so Original-Telefonaten und ein bisschen Erklärung und so aufgearbeitet wird. Das ist sehr, sehr lustig, muss ich sagen, im Nachhinein. Also das ist wirklich der Typ, der das macht, der ist schon arg dubios und der kam irgendwie dann irgendwann mit dem Fälsch nicht mehr hinterher und hat sich die dubiosesten Ausreden ausgedacht, warum das noch dauert. Also das ist schon einigermaßen skurril alles. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr überhaupt noch Zeit habt neben 93 um dem Eintracht-Podcast andere Podcasts hören. Ja, und dem Ringwuchs-Podcast, was natürlich ganz wichtig ist. Ringwuchs-Podcast, Buchwunsch-Podcast und alles vorher. Ja, genau. Das ist die Woche aber schon voll, ne? Ja, auf jeden Fall. Also hört es euch nicht an, liebe Freunde. So toll ist es auch nicht. Aber ich finde es gut, ich finde es aber gut, dass du es erwähnst, weil das ist ein Podcast, der bei mir auch ganz vorne auf der Liste steht, weil der Nils Buckelberg hat da ja auch mitgearbeitet, einer der Leute, die früher bei Viva waren und sich gut in diese Zeit rübergerettet haben. Es gibt ja so andere, also, ja, verstörende Beispiele, dass es nicht so gut geklappt hat. Grüße an Nils Ruf. Aber Buckelberg ist immer... Ja, oh Gott, war der bei Viva? Weiß gar nicht. Okay, ist das... Ich glaube, ja. Wow, okay. Ja, macht die Sache nicht besser. Wie gesagt, Buckelberg, geiler Typ, auch daran mitgearbeitet, wirklich ein kreativer Kopf, kann man sich auf jeden Fall anhören. Bam. Sehr gut. Und ansonsten, was habe ich... Kinofilm empfehlen. Green Book fand ich klasse, letztens gesehen. Richtig schöner runter Film. Ansonsten, ich glaube, wenn wir jetzt... Wenn die Kategorie nicht so gut eingeleitet wird, macht das ja alle. Da muss auch mehr von den Hörern kommen. Das stimmt. In den letzten Wochen hatten wir immer von den Hörern und Hörerinnen auch noch ein paar Empfehlungen. Das bleibt diese Woche leider aus. Ich habe es nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise irgendwas an... Sei es jetzt... Freizeit zu konsumieren. Ja, ernsthaft. Ich habe es nicht geschafft, irgendwas an Serien, Filmen, Büchern oder irgendwas zu lesen, zu sehen, zu hören. Von daher kann ich diese Woche leider nichts empfehlen. Doch, hier bei Netflix diese Fire-Festival-Doku. Hat die einer von euch gesehen? Nein. Ach, du lieber Himmel. Also das muss man sich mal angucken. Geschrieben F-Y-R-E. Da geht es darum, dass irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Hochglanz-Festival auf so einer Insel stattfinden soll. Das wird dann mit den... Mit Model-Videos auf Instagram mit Influencern irgendwie ganz krass promotet. Du konntest ja irgendwie für 200.000 eine Villa mieten über das Wochenende. Und so weiter und so fort. Jada, jada, jada. Ohne zu viel zu spoilern. Aber diese Rich Kids, die das hauptsächlich angesprochen hat, mussten dann bei trockenen Käsesandwiches, bei strömenden Regen, in irgendwelchen nassen Zelten schlafen, die noch von irgendwelchen Hurricane-Einsätzen irgendwie übrig geblieben sind. Also das Ding ist komplett gegen die Wand gefahren. Hat sich auch irgendwie angedeutet sogar. Aber dieser Typ, der das zusammen mit Jarul, der eine oder andere wird ihn noch kennen, zusammen organisiert hat, der hat das irgendwie gar nicht gesehen. Und da gibt's die geilste Szene, also jetzt die geilste, aber die einprägendste Szene ist tatsächlich, dass irgendein Assistent von diesem Typ irgendwie was klären sollte, weil da wurde Wasser angeliefert und die das, ich weiß gar nicht genau, wo das war, Bahamas, die wollten das irgendwie nicht reinlassen gegen eine gewisse Steuer, also Einfuhrzoll, glaube ich. die hatten aber kein Geld zu der Zeit noch mehr, weil die schon alles verbraten hatten und dann mussten die mit Investoren fahren. Auf jeden Fall ist der Typ dann in dem, ja, in den Gedanken und in dem Wissen tatsächlich dahingefahren, dass der dem Typ, dem Grenztyp jetzt einen blasen muss, damit dieses Wasser reinkommt. und man hat gesagt, er hätte das fürs Team genommen und du guckst dir das an und du denkst, what the fuck, es ist scheinbar dann angeblich nicht dazu gekommen, umschreibt aber diese Dokumentation sehr, sehr gut, weil das war alles sehr, sehr absurd. Okay, gut. Also Feierfestival-Doku auf Netflix, dringende Empfehlung, sehr, sehr absurd. Jetzt frage ich mich nur, Basti, wie bist du auf diese Doku gestoßen? Wurde dir die empfehlen oder war die auf einmal in deinem Netflix-Algorithmus? Ja, das ist durch die sozialen Medien ziemlich prominent gegangen. Ah, okay. Da ist ein, der Tweet, worauf ich darauf aufmerksam geworden ist, da gab es einen Tweet, wo einer ein Bild von diesem Sandwich, weil da hieß es ja, es gibt Luxusessen. Ja, ja. Das war nur ein trockenes Käsesandwich mit drei Salatblättern und das wurde dann quasi, das wurde in den sozialen Medien verbreitet, so von wegen und viele haben, die haben es halt irgendwie lustig gefunden. Ja, okay. Sehr gut. Da bin ich darauf aufmerksam geworden und dann kam jetzt ein halbes Jahr später, glaube ich, diese Doku raus. Das ist schon sehr, sehr, sehr skurril. Was ich übrigens auch empfehlen kann, ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, jetzt bin ich gespannt, welchen Artikel du meinen könntest. Ein Artikel von so zwei merkwürdigen Johnnies, die über Podcasts und sogar einen anderen Podcast erzählen. Kann man sich mal angucken. Ja. Sehr gut. Kann sich auch den Kicker von gestern noch kaufen. Weiß ich noch nicht genau. Weiß ich noch nicht. Bin mir noch unsicher. War ein sehr, sehr schöner Artikel. Ich glaube, der ist, glaube ich, bislang auch nur irgendwie als Plusartikel verfügbar. Echt? Nee, nee, ich kam dran. Du kamst dran. Okay, dann war er nur am Wochenende. Ja, das ist jetzt schon wieder das ist jetzt, ist ja genau. Wir wissen ja, wie das so mit gedruckten Zeitungsnachrichten sind. Einen Tag später, dann sind die ja schon alle oll. Genau. Genau. Dann können wir den ja verlinken und dann könnt ihr den lesen und vielleicht erkennt ihr die beiden Herren, die dort abgebildet sind, wieder. Schreibt in die Kommentare, oh, war das falsches Format. Die Kommentare gibt es ja auch, nur mit irgendwie abonnieren und Glocke klicken. Das haben wir hier nicht. Genau, aber ansonsten dürft ihr hier natürlich sehr gerne Drückt die Glocke, ist auch eigentlich total zweideutig. Okay. Das fällt dir jetzt erst auf. Naja, gut. Es ist spät. Ja, es ist spät. Gut. Und weil wir hier schon wieder sehr stark an der Zwei-Stunden-Marke kratzen, würde ich sagen, machen wir dann auch mal den Sack zu. Wir wünschen all den Menschen, die in die Ukraine reisen, eine wunderschöne Auswärtsfahrt. Wenn ihr lustige Fotos von Basti machen könnt, dann macht lustige Fotos von Basti und schickt sie uns. Wir haben mit Sicherheit irgendeine Verwendung dafür. Ansonsten viel Spaß am Wochenende im Spiel gegen Gladbach. Und dann hoffen wir mal, dass das drei Punkte oder mehr für uns jetzt bis zur nächsten Woche gibt. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Gut. Äh, 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 äh. hey 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.